Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ersten, bisher besten Folge im Jahr 2020 von Lauer und Wehner, dem Podcast aus Berlin. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens gut erholter Strafverteidiger, auch im Land Berlin tätig, gut erholt, er kommt gerade aus dem Urlaub zurück. Ja, neben mir sitzt der Publizist Christopher Lauer, nicht erholt, unter Strom, Vollspannung, schöne negative Vibes gehen von ihm aus. Echt, ist das so? Nein. Ja gut, wir haben uns über einige private Dinge unterhalten in der Redaktionskonferenz vor dieser Aufzeichnung, die waren tatsächlich nicht so schön. Zum Glück hatten sie aber nichts mit mir zu tun oder meinem direkten Umfeld. Die anderen waren es. Es waren die anderen. Alle Leute, die wissen, dass jetzt vor kurzem Weihnachten war, können sich ja ungefähr vorstellen, worum es ging. Ja, Familie sucht man sich nicht aus. Ja, ich weiß gar nicht, wir haben beide festgestellt, bevor wir jetzt hier angefangen haben, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, Ulrich und ich, wir müssen uns ein bisschen eingrufen. Wir sind doch nicht so richtig im Podcast-Modus, ne? Ja, das ist richtig. Es ist der erste Podcast des Jahres 2020 und das wird ein kurzer Podcast, ein Kompakt, Podcast-Kompakt mit einigen Themen so zum Eingrooven, ja in der Tat, ins Jahr reinkommen. Ja, weil ich habe zwischen den Jahren oft gedacht, boah, es passiert gerade wieder so viel Quatsch, eigentlich müssten wir täglich dazu podcasten. Es wird Zeit, dass wir unsere eigene Late-Mite-Sendung bekommen. Ja, wir machen das, die Abendtherapie wird es heißen. Ja, weiß ich nicht, ob das irgendwo kein Amel ist. Man muss mal auch aufpassen beim Heilmittelgesetz, nicht, dass das dann nachher irgendwie, ist das das Heilmittelgesetz? Auf jeden Fall muss man doch aufpassen, ob man etwas so bezeichnet, dass es eine heilende Wirkung hat. Nein, das wäre ein Medizinprodukt, was wir herausgeben. Ja, das ist ein akustisches Medizinprodukt. Ich denke auch, da ist ein ganz, ganz großer Markt. Es ist aber, einen schönen Anlass gibt es aber, es ist die festhalten 40. Folge von Lauer und Wehner. Das ist... Und das ist, wenn man, ich glaube, wir hatten mit Lauer informiert, hatten wir so 39 Folgen, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Also roundabout 39 Folgen, das heißt, wir haben jetzt schon fast 80 Podcasts hinter uns, Ulrich. Ja, das ist erschütternd, schaurig, schön, ja. Schaurig, schön, erschütternd zugleich. Ich sehe schon, bevor wir jetzt überhaupt gar nicht reinkommen in den Podcast, Ulrich, du erklärst klassischerweise, was wir hier überhaupt machen. Ja. Bei Lauer und Wehner. Das ist richtig, danke für die Frage. Wir haben es schon gesagt, was wir machen. Wir sind das akustische Medizinprodukt. Wir sind die Maßnahme gegen das völlig unkontrollierte Aufregen, die Maßnahme gegen die komplette emotionale Disregulierung und Überforderung, die eine Woche in dieser Gesellschaft typischerweise bringt, die große Aufreger mit sich bringt, die völlig zu Unrecht zu großen Aufregern werden, die Dinge mit sich bringt, die so aufregend sind und sich dennoch keiner um sie kümmert. Wir sind das Produkt, dass diese Phänomene, das Unberechtigte aufregen und das Unberechtigte nicht aufregen, diese Phänomene behandelt. Und zwar durch das Gespräch, durch den geistigen Diskurs darüber und dadurch, dass sich dann die Gedanken beim Sprechen verfertigen und man mit den Dingen besser und überhaupt zurechtkommt. Und auch manchmal als Affektabfuhr, manchmal regen wir uns dann auch nur auf, versuchen uns faktenbasiert aufzuregen. Denn zuweilen zeigt sich, Mensch, da sind ja noch Details, die lassen das in einem anderen Licht erscheinen oder man kann sich noch besser darüber aufregen. Oft muss man sich auch sagen. Werden wir alles sehen. Manchmal muss man sich gar nicht aufregen. Manchmal reicht es, wenn man die Dinge, was eigentlich für mich die schönsten Erlebnisse sind, wenn man die Dinge einfach nur schildert und sich herausstellt, kommentieren. Merkst du selbst. Merkst du selbst. Merkst du selbst. 30 Prozent SPD wird wohl schwierig. Wird schwierig. Jedenfalls in Hamburg sind in sechs Wochen Wahlen. Echt? Ja. Das ist interessant. Ich habe das noch gar nicht so mitbekommen, dass es dort einen Wahlkampf gibt. Ja. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir nicht Hamburger sind. Ja, möglich. Da sind Wahlen. SPD und Grüne gleich auf. Ah. Derzeit wohl. Ja, Frau Fegebank will erste Bürgermeister sein. Beide sind bei etwa 30 Prozent. Ja, geil. Und es gibt so eine Initiative, glaube ich, die, ich habe heute gelesen, 67 Prozent der Hamburger, gut, wer das auch immer herausgefunden hat, sind dafür, dass die Innenstadt autofrei wird. Das war so ein bisschen, erster Podcast im neuen Jahr, erster Podcast des Jahrzehntes. Das sind so ein bisschen Dinge, die Hoffnung machen. Vielleicht ist es der Podcast der Hoffnung. Das sind wir ohnehin. Wir sind der Podcast der Hoffnung, genau. Das war ja noch die Frage. Ich fasse zusammen. Wir sind der Podcast der Hoffnung, das akustische Medizinprodukt der 20er Jahre. Und das, das sind wir. Ich habe ganz gute Hoffnung, dass sich einige Dinge, dass hier ein bisschen was tut. Diese Hoffnung speist sich ausdrücklich nicht darin, dass der CO2-Ausstoß in der Bundesrepublik Deutschland gegenüber 1990 zurückgegangen ist, obwohl die Wirtschaft gewachsen ist. Nein, nein. Aber ich glaube, es bricht tatsächlich, ich merke, es bricht eine neue Zeit an. Ja, ich merke einfach. Es bricht eine neue Zeit an. Es werden so die Dinge, die man, die viele für selbstverständlich hielten, werden sich als so dermaßen absurd erweisen und Stichwort mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Das wird also in Kürze wird das das Niveau haben von im Restaurant sitzen und sich nach dem Essen erstmal eine Fluppe anzuzünden. Hat es ja, hat es ja jetzt schon. Ich war, äh, in anderen Ländern hattest du das. Nein, nein, nein. Aber ich war in, ich war Familien und, ähm, anderweitig bedingt zwischen den Feiertagen auch kurz in Bonn. Und was mir nochmal wirklich auffällt in Bonn, das war mir früher, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, 2005 schon klar, aber es wird irgendwie immer deutlicher, wie absurd kurz die Distanzen in einer Stadt wie Bonn sind, die man mit dem Pkw zurücklegt. Also da würdest du hier noch nicht mal, würde man noch hier noch nicht mal in den ÖPNV steigen. Noch nicht mal das Aufstehen für. Ja, nein, aber da würde man hier noch nicht mal in den ÖPNV steigen und einfach sagen, weiß ich nicht, von der Schönhauser Allee bis zur, bis zur Eberswalder Straße, da kriege, da kann ich auch die, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, die das dauert, zu Fuß laufen. In Bonn steigt man dann da direkt ins Auto und fährt da schön hin. Also ich glaube tatsächlich, ja, die Mobilität mit dem Pkw, das ist etwas, das wird in diesem Jahrzehnt zum Fall kommen. Und, aber ich muss auch sagen, psychologisch ist das bei mir wirklich so, 2020, das hat nochmal irgendwie was anderes. Das hat nochmal wirklich was anderes, als zu sagen, 2003 oder 2015 oder so. Können verschiedene Beispiele bilden. Ich finde, 2020 ist echt so. 2020. Zukunft, Zukunft. Ja. Das Einzige, was ich total absurd finde, sind ja die ganzen Leute, und das wird dieses Jahr traurigerweise die ganze Zeit passieren, die sagen, werden die 2020er so wie die 1920er. Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass aktuell die Weimarer Republik gegründet wurde. Viele spricht dagegen. 2020 ein, ja, das ist in der Tat eine irgendwie etwas unterkomplexe Betrachtung von Geschichte, dass die 20er Jahre immer ähnlich sind. Ja, nein, aber ich meine, das ist, der Spiegel hatte ja so einen komischen Titel, wo das auch eines meiner neuen Lieblingswörter auf eine gewisse Weise insinuiert wurde, so dass die, auch wieder die goldenen 20er oder irgendwie sowas, ja. Das ist natürlich aus vielerlei Hinsicht Quatsch. Also das sage ich ja nicht nur als Historiker, sondern auch als jemand, sondern, was? Ja, ja, auch als was? Nee, sondern auch als jemand, der mal Astronomie studiert hat. Und wenn du dir überlegst, dass sich unser Sonnensystem in Bezug auf den Kern unserer Galaxie mit einem unglaublichen Karacho durch die Gegend bewegt, ist es ja noch nicht mal so, dass, weiß ich nicht, verstehst du, wir sind noch nicht mal an derselben Stelle, ja. Also diese, weiß ich nicht, es gibt so eine absurde Vorstellung von Wiederholungen, die wahrscheinlich auch daher kommt, dass es bisher über die letzten Jahrtausend relativ stabile Jahreszeiten gab und so, ja. Aber diese Vorstellung von Kontinuität ist halt auch durch nichts, durch gar nichts in der Natur, in der, weiß ich nicht, Geschichte des Menschen begründet, ja. Also wir gucken immer so ex post zurück und sagen, ah ja, das ist ja klar, dass das so und so gewesen ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Genau, hinzukommen wird, dass die, wir werden es auch, selbst wenn es so wäre, würden wir es nicht erkennen, weil keiner von uns da gelebt hat. Was absolut erwiesen ist, auch schon seit Jahrzehnten in der Forschung, was absolut erwiesen ist, in den 1920er Jahren hat niemand gesagt, hey, wir leben ja in den goldenen Zwanzigern. Das kam und das kam auch, das war auch in der Zeit 1945 fortfolgende nicht so. Da wollte von der Weimarer Republik überhaupt niemand was wissen. Das war wohl so in den Fünfzigern, dass überhaupt die Vorstellung, dass die 1920er so wahnsinnig cool gewesen seien, dass es überhaupt erst aufkam. Das heißt also aus mehreren Gründen, aus diesen astronomischen Gründen, aber auch aus ganz praktischen Gründen. Man weiß immer nicht selber, in welcher Zeit man lebt. Ich fände es ja auch viel geiler, wenn die Leute fragen würden, ob die 2020er so werden wie die Tausendzwanziger. Ja, oder Kinderkreuzzüge. Ich könnte auch sagen, die Elfhunderter oder so. Also, ja, jedenfalls das mit den Zwanzigern, das ist in der Tat so ein super naives, also ich finde es auch ganz witzig. Ja, es ist witzig. Auch wir denken ja daran, es ist so eine ganz lustige Art und Weise, das sind so Attributionsfehler. Du denkst, du überbewertest diese Zahl maßlos. Ja, genau. Gar nicht mal um ein Vielfaches, sondern überhaupt, dass du diese Zahl bewertest, die ja, wie wir alle wissen, hat Moses nicht vom Berg Sinai mitgebracht, diese Zeitrechnung. Nein, er hat eine andere mitgebracht. Ja, und, also ich war in Israel und, ja, also es ist ein, ja, aber irgendwie so ein ganz drolliger, so eine ganz drollige Fehlvorstellung, weil es nicht so drollig ist, wenn man sich überlegt, dass mit solchen Fehlvorstellungen, mit solchen blöden Heuristiken geht der Mensch durch das ganze Leben und kommt nicht nur zu dieser Quatschidee, oh, guck mal, ob die 2020er werden, wie die 1920er oder die 1100er oder die 20 vor Christus war bestimmt auch super. 2020 vor Christus war bestimmt auch total heiß, Pyramiden bauen und so. Ja, 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 und dann so Twist-Tanzen um die Pyramiden. Ja, weil waren ja die Roaring Twenties. Ja, genau, Roaring. Und wenn man dann sich überlegt, wie oft man Fehlbewertungen von diesem Kaliber so im Alltag, zum Beispiel Richter, ich kenne viele Richter, die genau solche Fehlbewertungen so 20er Jahre sind 20er Jahre, what the fuck. Und, ja, das ist sehr interessant. Ja, ich glaube, man muss aber tatsächlich, so sehr wir uns jetzt darüber lustig machen. Nee, wir machen, also ich möchte das nicht, also ich mache mich selbst auch über mich selber lustig dabei. Nee, nee, aber so sehr wir uns jetzt darüber, oder ich mich zumindest, über diesen 20er-Jahre-Vergleich lustig machen, so sehr muss man auch aufpassen, weil ich glaube, dass er aus einer ganz bestimmten Richtung auch eine politische Funktion erfüllt, ne, weil es da um eine gewisse Art eines, also es geht da um einen politischen Fatalismus, ja, um Leute, die da also suggerieren möchten, na ja, also hier, ne, die, genau, und unser politisches System befindet sich auch in irgendeiner Endphase, das kommt ja insbesondere den ganzen Faschisten und Nazis entgegen, die ja noch immer fleißig an einem, ja, Tag X oder wie sie das nennen, arbeiten und da auch natürlich nicht damit aufgehört haben, weil auf einmal das Jahr 2020 ist, das Thema Rechtsterrorismus wird uns dieses Jahr wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Art und Weise bewegen. Ja, leider wird uns auch Andreas Scheuer erhalten bleiben, denn die Erneuerungsbestrebungen des Kabinetts von Herrn Ministerpräsident Söder eingeleitet oder angesprochen beziehen sich ausdrücklich nicht, die Verjüngung nicht, auf Andreas Scheuer. Hat er das gesagt? Ja, hat er gesagt. Ach schade, ich habe nur die Tweets gelesen und gedacht, ja geil, der Söder will den Das ist auch der einzige Vorwurf, den man Andreas Scheuer nicht machen kann, dass er zu alt wäre. Ich hätte ihn jetzt schon auf so 40 geschätzt. Ja, würde ich jetzt nicht als zu alt ansehen. Weil, also wenn ein CDU-Ministerpräsident, der hat mit drei Ministern der CSU, habe ich gerade zuerst CDU gesagt? Weiß ich nicht mehr. Also wenn ein CSU-Ministerpräsident dessen Partei drei Minister stellt, der eine ist irgendwie Andi Scheuer 45, der Herr Müller, dessen Vorname mir gerade nicht einfällt, der ist wahrscheinlich so in den 60er und dann gibt es den Horst 70. Der wird ja 70 in diesem Jahr. Als er 69 geworden ist, hat er auch schön gefeiert, wir erinnern uns, mit der Abschiebung von, hat er auch so eine Zahlenmystik da betrieben. Ja, dabei hatte ich doch gar nichts darum gebeten. Ja, gut, also die Hoffnung stützt sich nicht darauf, dass Dr. Andreas Scheuer von Bord des Bundeskabinetts geht. EU-Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland steht an, glaube ich, in diesem Jahr. Wichtiges, wichtiges Unterfangen. Ja, gerade auch, dass man vielleicht die Rolle Brexit steht an, was uns alles einfällt. Donald Trump wird irgendwo eine Bombe zünden. Donald Trump wird wiedergewählt. Wird wiedergewählt, aber nicht in diesem Jahr, ne? Doch, was? Das ist dieses Jahr, ja, das ist das Schlimme. Die Wahl war 2016, er wurde 2017 im Januar inauguriert und die Wahl geht dann, dann hast du 17, 18, 19, 20 und die wählen ja immer im November. You're absolutely right, die wählen im November und dann wird da 21, wird da inauguriert. Ja. Ja, das ist schlimm. Ja, das ist schade, schade, schade. Wir merken automatisch im Modus Jahresausblick, da wo Hoffnung ist, wo Licht ist, ist auch Schatten. Donald Trump wird antreten gegen, da müsste dann Herr Söder auch nochmal für Verjüngung sorgen, Joe Biden, Bernie Sanders, die Zukunft hat seinen Namen, sie wird noch etwa zwei Jahre halten. Ich weiß, ich weiß tatsächlich, ich weiß tatsächlich nicht, wer sich da durchsetzt. Vielleicht macht es ja auch der Blomberg, ne? Also der Blomberg, der hat ja so unfassbar viel Geld, wobei weiß ich ja so, ich finde das halt so geil, dass sie den, dass der Blomberg, der wird ja tatsächlich auch von so anderen Milliardären unterstützt. Also ich glaube, gab es so Berichterstatten, dass Jeff Bezos ihn irgendwie auch darum gebeten hatte, doch jetzt mal endlich ins Rennen zu gehen und so, weil die alle so Schiss in der Büchse haben vor der Elizabeth Warren, weil die Elizabeth Warren ja eine ausgesprochene Befürworterin, der einer Reichensteuer ist. Also die hat so eine, das ist auch schön, die hat ja, ihr wurde ja immer vorgeworfen, sie hätte für alles immer irgendwie einen Plan oder sonst irgendwas und da hat sie dann aus dieser Beleidigung eine Stärke gemacht und quasi so einen ihrer Campaign-Slogans draus gemeint, gemacht. I've got a plan. I've got a plan for that too, ja? Also sie hat halt für alles einen Plan. Schlimm. Ja, ich bin, weiß ich nicht, ich kenne mich damit zu wenig aus, ich kann mir, ich weiß nicht, wen die da am Ende nominieren, die Demokraten, aber ich kann mir, das Problem bei Donald Trump ist tatsächlich, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass er, wenn er verliert, das Weiße Haus friedlich abgibt, weil er behaupten wird, das war alles Quatsch. Ich glaube, dass er in einer zweiten Amtszeit daran arbeiten wird, dass diese Amtszeiten abgeschafft werden, weil er ja schon die ganze Zeit Witze darüber macht. Ja, das wird dann so wie in Peru, Evo Morales, das ist die meisten lateinamerikanischen Verfassungen, sofern es sie noch gibt, die lateinamerikanischen Verfassungen, südamerikanischen zumal, begrenzen ja die Wiederwahl des US-Präsidenten. Aber immer wieder, das war immer wieder so, dass sie versuchen, mehr oder weniger erfolgreich, eine mehrfache Wiederwahl, eine häufigere Wiederwahl, als es die Verfassung vorsieht, sich zu genehmigen. Und dem Evo Morales war das auch gelungen und dann hat er es nochmal versucht und dann haben sie ihn vom Hof gejagt. Ja, das ist natürlich mal eine Sache, die dem Donald auch zuzutrauen ist. Nein, also für mich ist das klar, er macht da die ganze Zeit, macht er ja diese ganze, also das ist ja so eine klare Taktik von Trump, da sind wir wieder bei dem Thema Framing. Framing, er bestimmt, oder wie nennt man das, er ersetzt die Debatte, er ersetzt das Thema der Debatte. Und er ist derjenige, der sich in der Vergangenheit immer wieder so vermeintlich lustig darüber geäußert hat, er könnte ja auch noch zu einer dritten und einer vierten Amtszeit irgendwie antreten. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass er da auch von den Republikanern unterstützt wird, weil die finden das im Zweifelsfall einfach auch gut, wenn er dann da dem nächsten Republikaner die Basis liefert, dann einfach länger an der Macht zu sein. Ja, das ist alles nicht besonders schön. Aber es wird sich trotzdem auch was tun. Wir werden in diesem Jahr auch auf jeden Aspekt zu tun. Also selbst wenn, weiß ich nicht, selbst wenn wir zu unseren Lebenszeiten, was ich für gar nicht so unwahrscheinlich halte, noch den Zusammenbruch der USA erleben werden, ist Kalifornien, das kam ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast, Kalifornien allein ist ja glaube ich irgendwie die neuntgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten oder so. Also, we will see. So, wir sollten aber mal vielleicht um... Ja, so viel zum... Ja, so viel zur klugen Assoziation in diesem Podcast, die wir jetzt hier seit 20 Minuten machen und zum Reingruven. Wir können ja mal versuchen... Erstes Thema. Erstes Thema, genau das erste Thema. Wir können uns versuchen ein bisschen reinzugruhen. Das wird das Jahr, in dem wir auch einen Jingle entwickeln wahrscheinlich. Nee, die Leute brauchen keinen Jingle. Also wenn, beziehungsweise niemand sagt, ich brauche einen Jingle, aber ich weiß nicht... Über das Format machen wir uns vielleicht in der nächsten Redaktionskonferenz. Ja, I don't know, we will see, never change, winning team oder so. Auf jeden Fall aus der Kategorie I told you so. Und das ist auch hoffentlich das letzte Mal, dass ich darüber in diesem Podcast rede. Wir hatten die letzten beiden Podcaste mehr oder weniger ausführlich darüber geredet. Die Saskia Esten wurde ja das Opfer, finde ich, kann man schon sagen, einer in meinen Augen zumindest doch etwas böswilligen Berichterstattung bezüglich ihrer Arbeit im Landeselternbeirat Baden-Württemberg. Wir kennen ihn, eines der wichtigsten politischen Gremien in Deutschland. Sprungbrett auch. Das ist auch ein Sprungbrett. Also ich sage mal so, wer diese harte Schule... Verstehst du das, weil da geht es ja auch um Schulen, das war jetzt ein Wortwitz. Wer diese harte Schule übersteht im Landeselternbeirat Baden-Württemberg, der oder die empfiehlt sich auf jeden Fall für Höheres. Wie es so schön heißt. Die gute Frau Esken hat ja juristische Erfolge gegen das sogenannte Investigativmagazin ARD-Kontrast errungen. Das hatte dann noch schöne Auswüchse auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, wo mich dann also der Twitter-Account von ARD-Kontraste darüber belehren wollte, wie man einen Gedankenstrich einsetzt, der aber dann gar keiner war und so. Also es war alles ziemlich peinlich. Jedenfalls hat heute auch die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die BILD, eine Richtigstellung veröffentlicht zum Artikel vom 13.12.2019. Das ist auch sehr bezeichnend, dass sie gar nicht genau schreiben, welchen Artikel sie da irgendwie meinen. Aber sie mussten eine Richtigstellung veröffentlichen am 9.1., also heute. In einem Artikel auf www.bild.de vom 13. Dezember schreiben wir unter der Überschrift, hat die neue SPD-Chefin ihre Mitarbeiter ausspioniert in Bezug auf Saskia Esken. Und dann stellen sie das halt alles richtig. Also alle die Leute, die diesen Podcast hören, regelmäßig wissen, worum es geht. Und die, die ihn nicht regelmäßig hören, können sich ja die alten Folgen anschauen. Man kann auch nochmal dann sehen, Fairplay bei BILD, okay, das ist jetzt keine Überraschung. Aber Fairplay bei BILD ist also ein, Fairplay ist ein Fremdwort, haha, für BILD, weil wenn man jetzt guckt, BILD Saskia Esken kommt, böse Umfrageklatsche, jeder Zweite kennt sie nicht. Also das ist eine Stunde alt. Ja klar, die rächen sich dann natürlich auch dran, weil sie das natürlich total schlimm finden, wenn sie da so eine Richtigstellung. Das ist natürlich auch alles total gemein. Ja, jeder Zweite kennt sie nicht. Das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt eine Klatsche für Saskia Esken, sondern für jeden Zweiten, muss man sagen. Ja, das ist vor allen Dingen auch eine Klatsche. Da kann man sich natürlich auch fragen, ist es jetzt, aber I don't know. Es ist halt total, es ist halt, es ist halt Quatsch. Ja, told you so. Ja, aber die, im Internet wurde ich noch gefragt, aber das bezog sich gar nicht darauf, sondern auf ein anderes Ding, da ging es aber auch um irgendwie Äußerungsrecht. Warum denn dann die Berichterstattung trotzdem so ist, wie sie ist? Und dann habe ich kurz erklärt, ja, das liegt daran, dass es in solchen Fällen kein Schmerzensgeld gibt. Und das ist das deutsche, ja, bei so einer Falschberichterstattung gibt es kein Schmerzensgeld. Das ist richtig, ja. Ich glaube, das höchste Schmerzensgeld, was je erstritten worden ist in Deutschland, war Jörg Kachelmann mit dieser halben Million, aber da ist das, glaube ich, noch immer anhängig. Das ist noch nicht aus. Ja, sollte man eigentlich, bei Jörg Kachelmann sollte man fast gar nicht. Ja gut, das ist jetzt ein schwieriger Fall. Das ist ein schwieriger Fall, aber die will damit sagen, weil ich dann ja gefragt wurde, warum passiert denn das denn trotzdem? Ja, weil das Äußerungsrecht oder das alles so ist in Deutschland, wie es ist, gibt kein ordentliches Schmerzensgeld und so einen Schadensersatz wie in den USA, diesen Punitive Damage, den gibt es ja auch nicht. Das heißt, eine Zeitung mit einer Auflage wie die Bild, die kann da eigentlich, das ist Portocash, ne, also da preiste dann halt die Kosten für so einen Rechtsstreit ein, also das Risiko ist vergleichsweise gering für die Handel. Ja, also die paar tausend Euro, die die da jetzt im Scherz haben bezahlen müssen, den Spaß ist es ihnen wert, ja. So, und das ist der Grund, warum die Berichterstattung... Ja, muss man weiterhin schauen, das Führungsduo der Sozialdemokratischen Partei Deutschland schaukelt sich langsam ein, kommt immer wieder mit neuen Ideen. Nachdem ihnen keine 100 Tage Schonfrist gestattet worden ist. Ja, ist doch ganz schön, was die da, ist doch ganz unterhaltsam. Ja, nächstes Thema, apropos Affenhaus. Apropos, genau, Affenhaus, in Griffelt ist ein Affenhaus abgebrannt, wir wollen gar nicht so sehr in die Details gehen, ich habe zum Beispiel auch den Überblick verloren, wie viele der Menschenaffen das dort überlebt haben. Nach meinen Erkenntnissen zwei. Zwei, waren es zwei Chimpansen oder zwei Gorillas? Ich meine Orang-Utans, aber deswegen mal... Das ist nämlich genau der Punkt, ich habe nämlich... Wir sind jetzt aber natürlich auch sofort at the heart of the matter. Ja, zuerst habe ich gelesen, zwei Gorillas überlebt. Und dann habe ich, dann hieß es zwei Schimpansen, jetzt hier steht, Feuer im Zoo, zwei Schimpansen überleben. So geht es den überlebenden Schimpansen. Es scheinen Schimpansen zu sein. Ja, also das sieht, ja, also ganz herrschende Meinung. Wenn man Google 2 überlebt, das kriegt man ausschließlich Schimpansen-Treffer. Und ja, also jedenfalls, das Affenhaus des Krefelder Zoos, da kann ich aus persönlicher Erfahrung zu sagen, das war eines der ersten Affenhäuser, in denen ich in Nordrhein-Westfalen lebend drin war. Und es war immer bekannt, der Krefelder Zoo hatte ein Top-Affenhaus. Tatsächlich, das war wohl in der Tat noch ein ganz besonders tolles Affenhaus. In den 70er-Jahren erbaut und deutlich moderner, als die Affenhäuser sonst so sind und waren vor allem. Wahrscheinlich ist das so eine Methode, die dann aufgenommen wurde. Ja, warst du mal im Krefelder Zoo im Affenhaus? Nee, nee, also die einzigen Affenhäuser, die ich kenne, sind das im Kölner Zoo und das im Berliner Zoo. Und das im Berliner Zoo finde ich sehr furchtbar. Also ich finde, das ist jetzt nur so ein Randaspekt, das können wir auch nicht abschließend klären, wie gut die Idee ist, Menschenaffen, die 99 Prozent des Erdmaterials mit uns teilen, die in Gefangenschaft zu halten. Wenn man sich den Zustand der Welt anguckt, wir kommen auch gleich noch auf Australien, bin ich ja mittlerweile der Überzeugung, na ja gut, vielleicht ist das vielleicht zur Erhaltung der Art noch irgendwie sinnvoll. Wobei im Kölner, im Berliner Zoo, die Schimpansen zum Beispiel, die schnachseln ja nicht mehr. Finde ich auch ganz geil, sagte dann jemand bei so einer Führung dann, ja, also eigentlich macht man das nicht mehr so, dass man, weiß ich nicht, den nordafrikanischen Schimpansen und den mittelafrikanischen Schimpansen gemeinsam hält und die sollen auch keine, keine quasi Mischlingskinder mehr kriegen und so. Das ist bei uns aber kein Problem, denn unsere Schimpansen haben keinen Sex mehr. Hm, woran das liegt, können wissen wir aber auch nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ja, woran das liegt, dass die keinen Sex haben. Das ist aber ein großes Rätsel. Guck dir mal das Gehege an, guck dir mal an, wie depressiv diese ganzen Tiere ansehen. Und das ist wirklich das Traurige, dass du, wenn du diesen Orang-Utans, diesen Gorillas, diesen Schimpansen ins Gesicht guckst, die wissen halt genau, was da abgeht und die sind so depressiv. Also unabhängig davon, ob Zoos zum Artenerhalt beitragen, das müssen sie jedenfalls nicht machen, indem sie da frustrierende, deprimierende, tierquälende Einrichtungen bauen. Ja, jedenfalls. Die einzigen, die einzigen, muss man auch dazu sagen, die einzigen, die es irgendwie so ein bisschen anscheinend erträglich finden, so wirkte das auf mich, waren die Bonobos. Aber die Bonobos sind ja auch... Kluge Affen, sehr kluge Affen. Und vor allen Dingen haben die es auch einfach geil geregelt, weil bei den Bonobos wird alles mit Sex geregelt. Und da haben die Frauen das Sagen. Das wäre vielleicht auch für das nächste Jahrzehnt ein Wunsch für die Menschheit. Die Frauen haben das Sagen und alles wird mit Sex geregelt. Ja, auch die Kapuzineraffen sind ja Kapuzinmonkeys, sind uns ja auch sehr ähnlich. Es gibt dieses berühmte Experiment, in dem beim Versuchsaufbau zwei Kapuzineraffen in zwei unterschiedlichen, das kennst du sicherlich auch, in zwei unterschiedlichen Glaskästen sitzen. Und dann kriegen die die ganze Zeit, kriegen die Nüsse da durchgereiht. Nüschen, ja. Und sind beide, oder Gurke, das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, sie kriegen Gurke da durchgereicht. Und sehen das, das sind so Plexiglaskästen, also der eine Kapuzinmonkey sieht, was der andere Kapuzinmonkey kriegt. Kriegt jeder ein Stückchen Gurke, beide happy. Ja. Der eine kriegt weiter ein Stückchen Gurke und der andere eine Weintraube. Ja. Daraufhin schmeißt der, der die Gurke kriegt, weil Weintrauben unter Kapuzineräffchen wesentlich höher im Kurs als Gurke. Daraufhin schmeißt dieser Kapuzineraffe die Gurke raus und beschwert sich bitterlich, nur weil der andere eine Weintraube bekommt. Und das ist so, wenn du in einem Unternehmen einem eine Gehaltshöherung gibst und dem anderen nicht. Oder einem eine höhere und dem anderen nicht. Also Kapuzineräffchen sehr... Da ist schon eigentlich alles geklärt. Das ist eigentlich, da ist alles schon geklärt. So. Und ja, in Krefeld. Jetzt zurück nach Krefeld. In der nordrhein-westfälischen, in der Seidenstadt Krefeld. Ja. Begibt es sich, dass in der Nacht vom 31. auf den 31.12. auf den 1. Januar das Affenhaus Lichterloh in Flammen steht. Lichterloh brennt. Komplett runterbrennt. Und bis auf zwei Affen, sämtliche Affen, ihr Leben lassen. Und noch Vögel. Und... Bitte was? Irgendwelche Vögel sind auch Vögel. Und... Ja. Ja, es stellt sich heraus, dass offenbar eine... Wie heißen die? Ja, das ist jetzt ganz interessant. Das ist jetzt ganz interessant. Am Anfang hatte man irgendwie Böller insgesamt im Verdacht. Ja. Und dann hat die... Eine chinesische Fluglaterne oder sowas. Ja, Himmelslaterne. Eine Himmelslaterne. Eine Himmelslaterne. Dann hat die Polizei wenig später am 1. oder am 2. eine Pressekonferenz rausgegeben. Eine Pressekonferenz gemacht, auf der sie gesagt haben, ja, sie haben die Vermutung, dass es sich um eine Himmelslaterne handeln könnte, weil verschiedene Anwohner wohl Himmelslaternen gesehen haben, die sich in Richtung Zoo bewegt haben. Und außerdem hätte man am Tatort... Ich weiß nicht, ob man Tatort da überhaupt sagen kann, aber am... Ereignisort. Der Tatort war deutlich woanders. Am Ort des Ereignisses. Das ist der Erfolgsort, ist das. Ja. Der Handlungsort war woanders als der Erfolgsort. Jedenfalls, was man fand, waren wohl irgendwelche zylindrischen Gegenstände. Also so eine Himmelslaterne kann man sich so vorstellen. Das ist halt so ein... Ja, das ist halt so ein Sack. Das ist wie ein kleiner Heißluftballon. Ja, das ist wie ein kleiner Heißluftballon. Ist ein kleiner Heißluftballon. Und man hätte da also so zylindrische Gegenstände gefunden. So. Ob das von dieser Frau oder diesen drei Frauen, die da jetzt mutmaßlich mit ihren Himmelslaternen dafür verantwortlich waren... Also und man sollte noch einschränken dazu sagen, das ist nämlich dann gleich für die Bewertungsfall, das ist ganz wichtig. Diese Himmelslaternen sind in Deutschland verboten. Also wahrscheinlich gibt es kein Besitzverbot, aber du darfst sie dann nicht so verwenden, wie sie dort eingesetzt werden. Also man darf sie sich wahrscheinlich aus Deko-Zwecken irgendwo hinhängen, aber du darfst sie nicht... Wahrscheinlich in der Wohnung fliegen lassen. Ja, du darfst sie halt nicht... Oder wenn man ein sehr, sehr großes Haus hat, kann man dir sagen. Oder ein Privatgelände. Jedenfalls, man darf sie halt nicht benutzen, weil es eben diese Brandgefahr gibt. Weil dann fängt dieses Säckchen da an zu brennen, wenn die irgendwie landen. Und dann fällt so ein brennendes Ding vom Himmel. Das ist auch nicht gut. Und jetzt Frage, weil war das jetzt von diesen Frauen so clever, sich zu melden aus verschiedenen Gründen? Denn kann ja auch sein, dass das irgendeine andere Rakete war, die da in das Affenhaus reingedings ist. Kann ja auch sein, dass es ein Kurzschluss war oder so? Also ich würde mich dann auch fragen, warum hat so ein Affenhaus keine Sprinkleranlage? Ja, oder... Also... Und... War das so clever? Ja, das ist eine interessante Frage. Sprinkleranlage, fangen wir erstmal an, hat sich viele gefragt, so auch du, hatte das Affenhaus nicht, weil es zu der Zeit völlig unüblich war, Sprinkleranlagen zu bauen und erst recht in Affenhäusern. Aber kommen wir zu der weitaus interessanteren, oder wie ich finde, interessanteren Frage. War das so klug? Da muss man erstmal natürlich klug definieren. Ja. Aber das andere ist, es zeugt von einer doch... Einerseits von einem gewissen Anstand, andererseits oder gleichzeitig von einer hohen seelischen Not, die diese drei Damen offenbar erlitten hatten, weil das ist so ein bisschen, wenn man als Kind Unfug baut, wenn man sich dann so die Hand vor den Mund hält. Oder oh, puh. Und die haben da doch mehrere Hände sich dann erschrocken vor ihre Münde halten müssen. Und so. Also ich finde es anständig. Es ist klug unter dem Gesichtspunkt, viele schreiben ja auch Wünsche drauf, auf diese... Himmelslaterne. Und möglicherweise gehen die besser in Erfüllung, wenn man noch unterschreibt. Also vielleicht sind sie auch einer Überführung zuvor gekommen, was als taktische Maßnahme dann sogar tatsächlich klug gewesen wäre. Ja gut. Sie haben, glaube ich, was dann wiederum möglicherweise nicht allzu klug war, zur Erklärung vorgebracht. Sie wussten, dass die verboten sind, dachten aber, an Silvester sei das erlaubt. Ganz interessante Nummer. Und es gibt ja im Landläufig gibt es ja den Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, der als solcher vor allem in dieser Absolutheit falsch ist. Wenn ich etwas nicht weiß, dann bin ich in bestimmten Situationen vor Strafe geschützt. Ich bin sogar dann vor Strafe geschützt, wenn ich zwar etwas weiß, es aber falsch bewerte, der sogenannte Verbotsirrtum. Also ich glaube, dass etwas gar nicht strafbar ist und ein bestimmtes Verhalten gar nicht strafbar ist. Das ist jetzt bei solchen Sachen wie, ich habe gedacht, auf eine Person schießen ist nicht strafbar, hast du keine Chance, weil es wird dir erstens keiner glauben und zweitens wird man es einen sogenannten vermeidbaren Verbotsirrtum nennen. Aber das ist zum Beispiel bei steuerlichen Gestaltungen sehr häufig, dass jemand sagt, ich dachte, dieses unglaublich komplexe Steuerrecht, das hätte mir die Berechtigung dazu gegeben, diesen Umstand als Betriebsausgabe geltend zu machen oder noch weitaus komplexer. Zum Beispiel wird ganz sicher der Verbotsirrtum auch im Fall von Cum-Ex eine Rolle spielen. So, wieder zurück nach Krefeld. Da haben die gesagt, ich dachte, das sei erlaubt. Und wenn das erlaubt gewesen wäre, dann kann man sagen, wäre es keine Pflichtverletzung gewesen, dann hätte zwar der Umstand, dass durch ein erlaubtes Verhalten ein Affenhaus abbrennt, wäre zwar bedauerlich gewesen, wäre aber jedenfalls keine Straftat, also nicht die Straftat der fahrlässigen Brandstiftung gewesen. Wenn man sagt, ich habe gedacht, das sei erlaubt, befindet man sich in der Tat in einem sogenannten Verbotsirrtum. Und dann ist die Frage, die sich ein Gericht, eine Staatsanwaltschaft wird stellen müssen, war das ein vermeidbarer Verbotsirrtum. Und da muss man sagen, Ladies, mit ein bisschen Anstrengung kann man so ein Irrtum vermeiden. Das Schlimme ist, wenn du Himmelslaterne googelst, findest du ja sofort auch den Hinweis darauf, dass sie in allen möglichen Bundesländern verboten sind. Die Sache, ich glaube, ich muss das auch noch mal ein bisschen... Entschuldigung, wenn man sich das vorstellt, ich habe das mal tatsächlich gesehen auf irgendeiner Hochzeit, wo man das ja sehr gerne macht, auf dem Lande halt. Aber wenn du die in, also überall in Nordrhein-Westfalen, kannst du eigentlich nicht, kannst du nicht 500 Meter gehen, ohne dass ein Haus und eine Autobahn kommt. Oder beides gleichzeitig. Und eine Scheune auf der Autobahn steht. Oder weißt du ja gar nicht was. Und also, dass man die in einem, also sagen wir mal so, man wird wohl sagen können, selbst wenn sie nicht verboten wären, dann wäre es dennoch ein pflichtwidriges Verhalten, das entscheidende Merkmal für die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit, auch wenn sie nicht verboten gewesen wären, ist es fahrlässig, solche brennenden Dinger in einem dicht besiedelten Gebiet steigen zu lassen. Das sagen wir nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern jetzt in der Rückschau, um das zu bewerten. Mit anderen Worten, Einlassung hin, Einlassung her. Also wirklich klug. Naja, es ist halt ehrlich. Und das finde ich wiederum entwaffnend. Das heißt, es wird, wenn sie am Ende des Tages sowieso überführt worden wären, auch ohne ihre Annäherung an die Polizei, dann wird das natürlich sehr strafmildernd sich auswirken. Der Punkt, den ich habe, ist ein anderer. Okay, gut, dass ich da so lange den Punkt geredet habe. Nein, nein, es ist nicht ein anderer, sondern mir ist nochmal aufgefallen, jetzt an deiner Reaktion, vielleicht muss ich mal diese Frage auch ein bisschen erklären. Der Punkt ist nämlich, natürlich finde ich das von diesen drei Frauen hoch anständig, dass sie sich da melden. Muss man sagen, Respekt, weil denen ist ja auch klar, gerade in diesen Zeiten, dass man im Zweifelsfall da auch viel Zorn auf sich zieht. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie irgendein Mitarbeiter der Justiz oder der Polizei deren Namen ins Internet stellen würde oder so. Die Affenmörder. Ja, die Affenmörder und so. Also da ist, finde ich alles vorkommen in Ordnung. Nur die Frage, die ich mir gestellt habe ist, klassischerweise würde ja jetzt dieser Schaden, der dem Zoo dort entstanden ist, in Krefeld, eine Gebäudeversicherung wahrscheinlich bezahlen. Ja, bei Brand. Waren wir ganz gut versichert. Bei Brand bezahlen die, glaube ich noch. So, dann hätten die natürlich ein Brandgutachten erstellt und hätten irgendwie festgestellt, woran es denn jetzt genau lag. Kann ja auch, hätte ja auch der Sicherungskasten sein können. Ja, das lässt sich aber mit so Brandgutachten ziemlich sicher feststellen. So, und jetzt, und jetzt ist die Frage, wenn die Versicherung feststellt, dass das quasi fremdverschuldend ist, wendet die sich natürlich dann an den Verursacher oder die Verursacherin und sagt, Moment mal, du hast hier den Schaden verursacht, da bezahlen doch wir nicht als Gebäudeversicherung, da bezahlst du doch jetzt hier als Haftpflichtversicherung. Mal angenommen, die haben eine Haftpflichtversicherung, die meinetwegen auch noch zu einem hohen Schaden, ich weiß gar nicht, wie hoch der Millionenschaden da ist, aber so wie du das sagst, ist ja dieses, also mal abgesehen davon, dass das Leben, das dort verloren gegangen ist, ja nicht quantifizierbar ist, da sind jetzt einfach 30 Menschen Affen tot, aber ist natürlich auch dieses Haus in dieser Form jetzt erstmal irgendwie zerstört, was ja, so wie du jetzt berichtet hast, schon im Grunde genommen eine Institution an und für sich war, also da sind ja dann auch historische Werte jetzt irgendwie verloren gegangen, aber eine Haftpflichtversicherung zahlt ja auch nicht immer, also zum Beispiel, und das wäre dann jetzt sehr spannend, wäre die spannende Frage, weil zum Beispiel jetzt so Sachen wie die Himmelslaterne, ne, wo dir klar sein könnte oder müsste, dass das so nicht geht und die Frage, die ich mir gestellt habe, da ist ja dann am Ende eine fahrlässige, wäre dann ja eine fahrlässige Brandstiftung, so, ich frage mich, ob eine Haftpflichtversicherung bei fahrlässiger Brandstiftung zahlt, ich kann es mir nicht vorstellen, doch, davon gehe ich stark aus, dass die bei sogenannter einfacher Fahrlässigkeit wird eine Haftpflichtversicherung zahlen, eintreten müssen, dafür müssen die aber eine Haftpflicht haben, dafür müssen die natürlich eine Haftpflichtversicherung haben, Haftpflicht, wir sind auch der Versicherungspodcast, Also ich glaube, man ist typischerweise unter, über, beziehungsweise fehlversichert, aber viele Leute sagen, eine Haftpflichtversicherung, das sei so die Grundausstattung, die sich jeder zulegen soll. und vor allem, die sind ja nicht teuer. Die sind nämlich sehr, sehr billig und billig, also kosten wenig Geld, haben aber große Wirkungen, die kosten natürlich deshalb wenig Geld, weil sie sehr, sehr selten in Anspruch genommen werden, aber ja doch ganz offensichtlich kosten, wenn sie häufiger in Anspruch genommen würden, würden sie mehr Geld kosten. Also das ist so. Also ich bin ja gerade wieder auf einer Webseite, einer großen Versicherung, Privathaftpflicht ab 5,30 Euro im Monat, Kombiversicherung mit gegen Diebstahl, mit gegen Diebstahl, ja Wohnungseinbruch und so, das ist nicht schlecht, wenn dein Haus hat noch, das hat ja mit Haftpflichtversicherung gar nichts zu tun, das ist 6,50 Euro und dann gibt es noch eine Paketversicherung, da ist Hausrat, Privathaftpflicht, Rechtsschutz, Unfall, Hundehalterhaftpflicht, im Paket bis zu 20% sparen, 11,40 Euro im Monat. Ja, der Rechtsschutz wird ganz was Feines sein, ja, aber, also kommen wir mal zurück, für einfache Fahrlässigkeit wird eine Haftpflichtversicherung ganz sicher eintreten, denn das ist ja gerade der Fall, den die abdeckt, ansonsten, wenn die nur einträte bei fehlendem Verschulden, wäre das sozusagen absurd, weil als Person haftest du natürlich auch nur und ausschließlich, wenn du, wenn du, wenn dich Verschulden trifft. Ja. Verschulden ist Vorsatz und Fahrlässigkeit. Viele Haftpflichtversicherungen treten nicht ein bei grober Fahrlässigkeit, das ist also eine gesteigerte, außer Achtlastung der Sorgfältigkeit, alkoholisiert Autofahren, da gelangt man auch schon gerne mal in den Vorsatz hinein, aber, so, also, eine gute Haftpflichtversicherung deckt sogar grob fahrlässiges Handeln ab und, ja, das, was keine Versicherung abdeckt, ist Vorsatz, den wird man aber diesen Damen nicht machen können, den Vorwurf des Vorsatzes. Der Punkt ist noch der, jetzt mal angenommen, die haben keine Haftpflichtversicherung. Dann ist schlecht. Dann ist schlecht, ne? Ja, also, dann ist, dann haften sie halt, haften sie halt, ja, mit ihrem Privatvermögen, dann gehen sie in die Privatinsolvenz und dann, also, nein, die Privatinsolvenz ist kein Mittel, um Schulden aus, wie es heißt, aus deliktischem Handeln loszuwerden. Das heißt, also, durch die Privatinsolvenz wirst du schuldenlos nach der entsprechenden Wohlverhaltensperiode, wirst du schuldenlos, die durch andere, nicht deliktische Umstände entstanden sind. Was heißt das konkret? Ja, habe ich nicht gedacht. Vertragsschulden, Steuerschulden, Spielschulden, Spielschulden, das, wobei, da greift der Grundsatz sind Ehrenschulden. Da muss man zahlen, auch wenn da Wohlverhalt, auch wenn man Restschuldbefreiung, sogenannte Restschuldbefreiung genossen hat. Ja, also, das heißt, das ist das Tragen, ja, das ist jedenfalls das für die Betroffenen sehr, sehr missliche, dass auch eine Privatinsolvenz gegen deliktische Ansprüche nicht hilft. Einer der Fälle, in denen das zum Tragen kam, war, die, das spielte auch krassen Haftungsfälle immer in Nordrhein-Westfalen. Es war vor gefühlt 15 Jahren eine junge Frau, die so ein bisschen Probleme, ein bisschen viel, wahrscheinlich Probleme mit ihrem Freund hatte und der Freund, also es ging darum, dass er irgendwie in Urlaub fliegen wollte und dann hat die das nicht ertragen, dass der Meckes da in Urlaub fliegt und was macht man, wenn man so will, dass der Freund zu Hause bleibt, man ruft am Flughafen an und lässt eine Bombendrohung raus und dann war der, ich glaube, es war der Flughafen der Landeshauptstadt Düsseldorf, war irgendwie so zwölf Stunden gesperrt und man kann sagen, das ist nicht willig. Das ist, ich sage mal so, es ist nicht, selbst im Rheinland sagt man nicht, oh komm Kind, das ist aber, hast du irgendwie ein arme Tier gehabt und ja, das ist ja so und da war dann eben auch, das kostet halt irgendwie ein, zwei, drei, etwas mehr als das so auf dem Konto hatte und Millionen Euro, damals wohl noch D-Mark, weiß ich nicht mehr genau und dagegen dann auch, das ist halt kein Problem, musst du halt irgendwie sechs Jahre und ah nein, deliktische Ansprüche unterliegen, kommen nicht in den Genuss der Restschuldbefreiung und bleiben, ja gut, ich will nur damit sagen, ob die jetzt eine Privatinsolvenz machen oder also die werden da lebenslang drauf sitzen und ich weiß ja gar nicht, was da, was ist da, wenn du so eine Schuld hast, wie wird denn die verzinst, wird die auch fünf Prozent über den Basiszinssatz auch verzinst? Wie ist das? Ja, weiß ich nicht, drei oder so, keine Ahnung, wird jedenfalls Verzinssatz immer größer. Lass es drei sein, aber wir reden hier ja über einen Schaden in der Größenordnung von mindestens einer Million Euro, wahrscheinlich sind es sogar irgendwie eher fünf oder so. Ja, also kannst du dich natürlich dann mit den Gläubigern gescheiterweise einigst du dich da drauf, dass du irgendeinen schließenden Vergleich und sagst, okay, hier 100.000 zahle ich ab, ist der Fisch gegessen. Ja, aber deswegen und deswegen und jetzt haben wir hier quasi full circle auf der auf der menschlichen Ebene finde ich das alles hoch anständig, dass sie sich dort auch jetzt dann quasi den Prozess stellen, wobei das wäre noch eine Frage, die kommt jetzt gleich, wie würdest du die raushauen, weil ich glaube nämlich im Zweifelsfall ist das gar nicht so einfach, dass da alles vor Gericht, aber das siehst du wahrscheinlich dann nochmal anders, aber die Frauen sind ja eh gestraft bis an ihr Lebensende, weil ich glaube, wenn du 80, 80 ist gut, wenn du 30 Affen, 100.000 Affen, wenn du 80 Milliarden Fantastikion, 40, 10 auf dem Gewissen hast, dann schläfst du ja bis an dein Lebensende schlecht. Jedes Mal, wenn du irgendwie eine Doku mit so einem süßen kleinen Affen siehst, jedes Mal, wenn du auf YouTube ein süßes Affenvideo siehst, dann denkst du daran, ja, schade, das hätte ihr Preis sein können. So, das heißt, emotional oder wie man das nennen möchte, sind die ja für den Rest ihres Lebens komplett bestraft. Die Nachbarn, die gesehen haben, dass die, die, diese Hibelsanternen, so, das heißt, die sind doch schon gestraft genug und jetzt kommt, dadurch, dass die sich gemeldet haben, bezahlt die Versicherung nicht, die Gebäudeversicherung des Krefelder Zoos und wenn sie keine Haftpflichtversicherung haben, zahlt auch die Haftpflicht nicht. Ja. Und dann sitzt der Krefelder Zoo auf seinem Geld und der bezahlt das am Ende wir. Ja, der Ehrlichen zahlen das. Der Ehrliche ist der Dumme. Das ist im Grunde genommen ist es dann aber auch egal, weil bei der Versicherung bezahlen wir es auch wir, nur ist es halt ein anderer Topf, ne? Ja, gut, wer das jetzt am Ende des Tages bezahlt, ist, ja, das finde ich, also, das ist eine sehr, sehr konkrete Betrachtung. Wenn man denn schon so, wer bezahlt das am Ende, wenn die diesen Cum-Ex-Quatsch rechtzeitig abgestellt hätten, wäre es überhaupt kein Problem, wer genug Geld da für alle. Aber, ähm, ja, es ist, äh, nee, das war nicht so gemeint im Sinne von, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie von meinem 0,00000 something something Prozent Einkommenssteuer dieses Affenhaus bezahlen, die sollen gerne ein neues Affenhaus bauen. Ich denke, ich habe, ich, das war der einzige Gedanke, der mir so blieb, dass ich gesagt habe, ey, Leute, so, wie würdest du die denn jetzt mal angenommen, die Staatsanwaltschaft erhebt, Anklage und, äh, das Gericht, äh, da in Krefeld, das, was wird, was wird das sein, das Landgericht something something lässt das zu? Wie würdest du die raushauen aus der fahrlässigen Ja, da muss ich sagen, die Verteidigung würde natürlich sehr weit im Vorfeld ansetzen, äh, noch lange bevor die Staatsanwaltschaft eine Abschlussentscheidung trifft, also die Entscheidung darüber, äh, ob sie anklagt, das Verfahren einstellt oder zum Beispiel einen Strafbefehl beantragt. Ja. Und der Strafbefehlsantrag sozusagen, der Mahnbescheid im Strafverfahren, das Angebot des Staates, äh, den Schwamm drüber zu legen, ähm, oder gar eine Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage, das wäre hier das, ein realistisches Verteidigungsziel. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Verursachung unzweifelhaft feststeht, ne, ansonsten könnte man sich natürlich mal mit der Frage auseinandersetzen, der, der Verursachung, der, der Täterschaft, ne, also wenn die die nur haben steigen lassen, ohne dass Schaden eingerichtet wurde, ist es halt keine Straftat. Ja. Ach nee. Und, ähm, also, musst du erst mal fragen, sind die wirklich, haben die gehandelt und haben die diesen Zerstörungserfolg ausgelöst, so. Wenn das der Fall ist, dann muss man da in der Tat relativ kleine Brötchen bei der Verteidigung backen. Ja. Ähm, und kann auch nicht sagen, kann ja jedem mal passieren, ne, ähm, und haben sie nicht gewollt, ist auch kein Argument, weil haben sie nicht gewollt, äh, es liegt halt jeder Fahrlässigkeitsstraftat inne, denn wer es will, der handelt vorsätzlich, wer es nicht will, handelt fahrlässig. Also insofern ist es so, ich habe es nicht gewollt, ist immer, ist immer Mist. Und der Umstand, dass natürlich, dass es eine besonders gravierende Folge ist, ähm, hätte ja, also viel gravierender geht es ja eigentlich nicht, kann noch irgendwie eine menschliche Behausung in Gang setzen oder ein Affenhaus mit 60 Affen, aber viel krasser kann es eigentlich, kann es nicht laufen, aber gut, das ist halt natürlich dann auch, das Ausmaß des Schadens entscheidet natürlich auch über das Strafmaß, andererseits, äh, gibt es, äh, die Beweggründe des Handelns, ähm, das Verhalten nach der Tat, das ist ein riesen Pluspunkt, also die Damen wird man, äh, also auch die Tat folgen, die sie ja dann tatsächlich auch selber treffen, ähm, das wird man alles berücksichtigen, dann kriegt man die wahrscheinlich noch mit einer Verfahrenseinstellung, kriegt man das wahrscheinlich hin, gegen eine Geldauflage oder eine, was auch immer, Auflage, drei Wochen im Zoo arbeiten oder sowas, das wäre natürlich schon ziemlich krass, aber, ähm, ja, also da setzt die Verteidigung an, verbrannt und ach und verbuddeln, und mehr, ja, Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ne, aber, ähm, äh, okay, was wäre mit so, also, das heißt, in dem Moment, wo das Brandgutachten draufkommt, zu sagen, okay, es war definitiv eine Himmelslaterne, ne, es war eine und es war die von denen, ne, also wenn es nur eine war, dann kann man ja noch sagen, nee, nee, das war nicht unser Modell. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, siehst du, ist das doch schön, dass wir, man sieht, wir ergänzen uns beide auch sehr gut, wenn es nur eine wäre, Lauer und Wehner, Attorney is at law. Ja, Klammer auf, Herr Lauer ist kein Attorney, aber, ich auch nicht, man würde, man würde die, wieso du auch nicht? Ich bin ja Rechtsanwalt. Was ist Attorney? Ja, das ist USA, USA, ne? Achso, aber es ist doch, der Attorney ist doch das, Defense Attorney ist doch das, vergleichbare. Ja, wollen wir ja nicht. Okay, gehen wir nicht ins Detail, sieht Herr Doktor wie einer anders. Nein, aber, würdest du dann so, also das würde dann trotzdem noch funktionieren, dass du dann versuchst zu argumentieren, ja, es war ja eine Himmelslaterne, aber dadurch, dass jetzt hier die mutmaßlichen oder hier die Angeklagten sich so eine Himmelslaterne easy peasy kaufen konnten, zeigt ja, dass möglicherweise noch andere Leute in Krefeld diese Himmelslaterne gekauft haben. kann man dann von der Polizei verlangen, dass sie zu dem Händler dieser Himmelslaterne hingeht und quasi sich von dem die ganze Liste geben lässt, an wem im Krefelder Stadtgebiet sie das... Ja, ich meine, man würde dann auch sagen, wenn die einfach nur sagen, es war nicht unsere, das wäre ja das, was man typischerweise auch mal eine... gelangt ja in die Nähe der Schutzbehauptung. Ja. Also so viele Himmelslaternen steigen ja auch am Silvester in Krefeld nicht auf, wahrscheinlich. Man würde dann über die bloße Behauptung hinaus schon erwarten können, dass die noch etwas Substanz erhält, diese Behauptung, dass sie zum Beispiel sagen, also wir haben so das Modell, das haben wir jetzt bei so einem Himmelslaternen-Spezialisten, ein kleines Fachgeschäft gekauft und es zeichnet sich dadurch aus, dass da, weiß ich nicht, so ein Handgeklöppelter irgendwas dran ist. Ja. Schauen Sie sich mal die Reste der Himmelslaterne da an und dann sehen Sie, das ist unterschiedlich. Also man muss schon ein bisschen mehr als einfach zu sagen, beweist mir das mal. Das ist auch so ein bisschen ein populärer Rechtsirrtum, dass man denkt, ja Mensch, die müssen mir das ja, ich muss ja nicht meine Unschuld beweisen, sondern die müssen mir das ja beweisen. Ja. Da muss man sagen, das können die auch. Also die müssen ja nicht, hundertprozentige Naturwissenschaftliche, die müssen also nicht diesen Aufstieg, Zünden und Aufstieg und Branderfolg, muss nicht alles auf notariell beglaubt, im Videomaterial festgehalten worden sein, sondern kann man auch so ein paar, diese Überzeugung kann man auch so gewinnen. Man würde wahrscheinlich dann auch, wenn da richtig intensiv ermittelt wird, würde man halt in der Gegend Zeugen vernehmen, ob noch irgendjemand eine andere Himmelslaterne gesehen hat oder ähnliches. Also ja. Nee, mir ging es gar nicht, deswegen sagte ich ja vorhin auch so ein bisschen so Spitzfindigkeit und so, war jetzt einfach nur die Frage, wie clever das ist dann zu sagen, ah nee, das war gar nicht meine Himmelslaterne. Ja, da muss man sich in der Verteidigung dann in der Tat, jeder hat das Recht ja, jeder Beschuldigte darf ja lügen, bis sich die Balken biegen. Ja. Das wird aber dann, da muss man sich entscheiden, mache ich jetzt hier kleine Brötchen backen und reumütig oder sage ich, ich war es nicht. Beides geht halt nicht. Tut mir leid, ich nicht, aber der auch. Der Witz ist ja der, und das hat mich an diesem quasi Geständnis oder Hervortreten dieser Frauen so gewundert, ist ja, dass sie es tatsächlich nicht wissen können. Also weil, so wie ich das verstanden habe, scheint es ja auch eine gewisse räumliche, also gut, wenn die jetzt direkt neben dem Zoo wohnen, nehme ich alles zurück. Gesehen haben, wie diese Dinger da runter botzen und. So, dann nehme ich alles zurück. Aber wenn die, wenn die jetzt tatsächlich in der Nähe wohnen, sag ich mal, in einem Kilometer Umkreis und diese Himmelslaternen da hoch gehen haben lassen, du weißt es ja selber nicht, ob du es warst. Also du, klar, du kannst vermuten, wahrscheinlich war es meine Himmelslaterne. Ulrich guckt, lustig bist du viel Sand und sagt, im Kopf, lauer, das ist doch jetzt hier, darum geht es doch gar nicht. Naja, du, ich fand es einfach nur interessant. Ja, aber du weißt auch gar nicht, was in meinem Kopf genau vorgeht. Was ging denn in deinem Kopf genau vor? Ich habe gesagt, Mann, lauer. Nee, Quatsch. Nö, es war, ich habe, meine Gedanken schweiften und das war, es ist ein etwas, es ist ein trauriger Vorgang, aber er hat auch gleichzeitig so diese Absurdität und das ging in meinem Hirn vor. Ja, also jedenfalls so gesehen auch ein ganz interessanter Fall und diese Wertung, das kann sich auch keiner ausdenken als Verteidigungsstrategie, das haben die wirklich gedacht, als sie sagten, ja, wir wussten, das ist verboten, das ist verboten, was ist das? also, Gott, wie gut, aber gleich, krass. Da muss man, da muss man dann aber auch nochmal, da muss man dann aber auch nochmal tatsächlich gucken, guckt man sich auch an, das Bildungsniveau der Täterin oder der mutmaßlichen Täterinnen und Täter? Also, das fand ich, also ich finde nicht, dass diese Überlegung von, die zeugt von einer gewissen Naivität, aber nicht von, von Bildungsferne, finde ich. also ich finde es nicht sonderlich klug, aber. Finde ich schon. Okay, das ist eine Wertungsfrage, die werden wir nicht lösen können. Also, ich finde, ich finde es jetzt nicht brillant, den Gedanken, aber, ich finde ihn vor dem Hintergrund, dass, es ist ja schon absurd genug, dass diese ganze Böllerei erlaubt ist. Ja. Dann finde ich es nicht so wahnsinnig absurd zu sagen, aber wenn dieses ganze Kriegsgetöse, wenn das erlaubt ist, das meine ich ja, dass man das, also dann kann man doch irgendwie durchaus auch sagen, also, dann ist es ja jetzt kein allzu großer Schritt zu sagen, Silvester darf man dann auch diese Dinger steigen lassen. Genau. das ist ja, das ist ja kein Zeichen von Bildungsferne. Nein. Ach so. Gut, dann haben wir aneinander vorbeigeredet, weil ich finde diese Erklärung auch gar nicht so abwegig. Du sagtest nur vorhin, die wird wahrscheinlich vor Gericht nicht so gut funktionieren, weil man mit einmal googeln, mit einmal googeln könnte man das ja schon herausfinden. Ja, es wird nicht so weit funktionieren, dass man sagt, okay, ihr handelt ohne Schuld, weil ihr im Verbotsirrtum euch befandet und den nicht vermeiden konntet. Man würde sagen, hey, da hättet euch ein bisschen mehr anstrengen müssen, dann hättet ihr diesen Irrtum vermeiden können. Ja. Aber das macht es schon besser, dass sie das gedacht haben. Dass sie nicht gedacht haben, ich pfeife auf das Verbot. Und eben just so abwegig ist es ja gar nicht, dass du sagst, wie gesagt, dass du sagst, also die zünden hier, Kanonenschläge, für die würdest du sonst in den Knast kommen, wenn du das zündest. Und Dinge, die, wenn es nur ein bisschen mehr wäre, unter Sprengstoffgesetz fielen, fallen übrigens Silvester, Kracher, Raketen und sonst was, wenn du die irgendwie in einem LKW-Transport, wenn du ein paar zusammen hast. Naja, wie dem auch sei, also wenn das schon erlaubt ist, dann wird ja wohl auch hier so eine Kerze an einem Papierballon steigen zu lassen, wird wohl auch erlaubt sein. Und ja, das mit diesem Semesterkracher, das wird ja auch, oder mit dem Feuerwerk, das wird ja auch etwas sein, was, was, hoffentlich bald abgeschafft. Ja, was aber auch zu diesen Dingen gehören wird, wo du, wie gesagt, du sitzt nach dem Essen im Restaurant und sagst, hätten sie bitte einen Aschenbecher und dann bringt dir einer einen Aschenbecher. Du zündest dir da eine Lulle an. Schön war die Zeit, aber man kann es sich kaum noch vorstellen. Es ist ungefähr so vorstellbar, wie der Umstand ist, dass man auch noch mit dem Auto durchs Brandenburger Tor fahren konnte. Das waren Zeiten. Nicht vor 89, aber eine Zeit lang nach 89. Oder was gibt es noch, dass man so, also in Sankt Petersburg, da in der Hermitage, war so noch in den frühen Nullerjahren, da konnte man, wenn keiner geguckt hat, konnte man da so Bilder der klassischen Modelle, da konntest du sie anfassen. Da konntest du mal so am Gauguin fühlen, wie du sie anfühlt. Aber so, wie dem auch sei, Affenhaus, sehr bedauerlich, Sprenkleranlagen, Bauordnung sollte man mal ändern und so weiter. Aber ich denke, wir haben dazu jetzt auch vieles gesagt, auch Anregungen für die Verteidigung der drei Krefelderinnen. Ganz kostenlos. Ganz kostenlos. Ja, also nächstes Thema. Was sollen wir nehmen? Weil wir gerade bei Bränden sind, Australien. Da wollte ich aber eigentlich nur sagen, Australien brennt noch immer. Der Sommer in Australien geht noch drei Monate. 2019 war das wärmste Jahr, nicht nur in Europa, sondern auch in Australien. Ich weiß tatsächlich nicht. Also eine Universität in Sydney, Greta Thunberg hatte das retweetet. Eine Universität in Sydney hat zusammen mit dem World Wide Life Fund, oder wie sich das nennt, WWF, das mit diesem Panda-Bär, nicht zu verwechseln mit der World Wrestling Federation, die haben, da muss auch der Ulrich ein bisschen. Ja, okay, da muss der Spaß sehen. Ja, gut. Aber Österreich hat auch eine neue Regierung. Ja. Wurde gestern angelobt, wie es so schön war. Ja, okay. Und das Geile war, ihr müsst euch unbedingt die Tweets anschauen. Ich hatte das retweetet, ich werde das auch verlinken. in der TV-Tek vom ORF, da lief die Angelobung live, aber die Untertitel waren noch von einer anderen Sendung. Okay. Und das war richtig geil. Und dann siehst du so Fotos vom Van der Bellen und dem Kurz, und dann steht da, oh mein Gott, der schon wieder, ja. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Die haben da irgendwie die Untertitel von, also gefühlt die Untertitel von irgendwie Sissy oder so, ja. Also, sie gehen aber ran. Also, wie kam er jetzt da drauf? Egal, Australien und Austria, das ist ja eigentlich dasselbe. Es sind mittlerweile, genau, Greta Thunberg hatte das getwittert, eine Milliarde Tiere sind tot. Greta Thunberg ist 17 geworden. Greta, herzlichen Glückwunsch auch von Lauer und Wehner, Deutschlands bestem Geburtstag. An einem Freitag. Was hat sie gemacht? Deutschlands bestem Geburtstag-Podcast. An ihrem Geburtstag? Freitag? Sie hat demonstriert. Ja, das Großbritann vor Ort Klima-Deutsch. Ja, wir alle haben auf Twitter, Instagram oder Facebook schon die Bilder gesehen von Koala-Bären, die aus Wasserflaschen trinken, von Kängurus, die aus Wasserflaschen trinken. Schafschützen sollen jetzt Kamele erschießen. Es gibt in Australien Kamele, die laufen jetzt marodierend durch die Gegend auf der Suche nach Essen und Wasser. Ja, die sollen jetzt aus Helikoptern erschossen werden. Karamba. Der Rauch, der Brände ist jetzt in Südamerika angekommen. Und aber auch in, wie heißt die Hauptstadt von Neuseeland? Wellington. Nee, Wellington. Auckland. Auckland gibt es aber auch in Neuseeland. Ja, Neuseeland. Auckland. Ja, warte. Genau. Das ist einer der nördlichsten Zipfel von Neuseeland. Wellington ist die Hauptstadt Neuseelands. Deutschlands bester Geografie-Podcast, meine Damen und Herren. Und jedenfalls sind wir ja mittlerweile alle diese Bilder gewohnt, wo man dann diesen orangenen Himmel sieht, ja. Wo man also auch jetzt weiß, okay, Mad Max Fury Road, guter Film. Allerdings war das Wetter zu schön, ja. Ja, der Rauch hat jetzt mittlerweile schon die 2000 Kilometer nach Neuseeland geschafft, ja. Ja, bis Lateinamerika ist natürlich, bis Südamerika ist natürlich nochmal ein ganzes Stück weiter. Und färbt dann auch dort den Himmel rot. Es gibt so schöne postapokalyptische Videos, wo du so Strände siehst, wo das Wasser so schwarz ist. Und dann wird dann immer so Asche angeschwemmt, ja. Also das Meer ist voll mit Asche. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das die sterbenden Tiere im sterbenden Great Barrier Reef auch gar nicht mal so gut finden. Aber der Premierminister geht ja, Scott Morrison, umgangssprachlich auch Skomo genannt, geht vor gegen den Klimawandel, indem er ihn leugnet. Ja, das ist natürlich passend, wenn man, wenn der Klimawandel bei dir… Skomo und Mofo sind natürlich… Was ist denn Mofo? Motherfucker. Achso. Skomo, where the bloody hell are you? lautete der Slogan. Ja, Skomo war nämlich, glaube ich, im Urlaub auf Hawaii. 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 Und ja, der Zusammenhang, da ist so ein bisschen die große Nummer von Deutschland und der Automobilindustrie. und dem deutschen Diesel, das in Australien eine Nummer größer oder selber, selbe Problematik, dass ja Australien der zweitgrößte Kohlexporteur der Welt ist. Das ist sozusagen die Wirbelsäule, das Backbone of Australia ist Kohleindustrie. Und die Kohleindustrie Australiens ist halt in der Tat, das Wohlergehen der Kohleindustrie Australiens ist inkompatibel mit dem Klimawandel. Und da hat man dann, also auch Skomo sah sich vor diese Alternative offenbar gestellt, akzeptiere ich Klimawandel und tue was dagegen oder helfe ich der australischen Kohleindustrie? Und er hat sich für Kohleindustrie entschieden. Ja, die haben ja auch, die haben ja meistens auch relativ viel Geld, ne? Das Schlimme, das Schlimme… Ja, und fürs Komosleben reicht es wohl auch. Jahrgang 68. Ja, komm, hier 30 Jahre, mach's denn auf Skomo. Okay, Boomer. Also die, das ist, ich wollte da jetzt auch gar nicht auf die politischen Implikationen oder so… Ja, das war mir aber wichtig. Ja, das ist auch gut, dass du das alles nochmal irgendwie so klargestellt hast oder dann nochmal so einen Hintergrund geliefert hast. Aber der Punkt ist, das ist ja jetzt, das was da jetzt in Australien passiert ist, gut, was ich interessant fand war, es gibt die australischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner, die regen sich wohl ziemlich auf, weil, was ich nicht wusste ist, es gibt wohl so tradierte, wie nennt man das, es gibt eine tradierte Praxis des künstlichen, des bewussten Abfackelns des Urwaldes, was sie wohl über Generationen gemacht haben. Klar, wenn du da irgendwie lebst und ich sag mal, Australien ist jetzt eh nicht so die einladendste Flora und Fauna, da ist ja alles irgendwie giftig, die Pflanzen sind alle giftig und alle Tiere sind irgendwie giftig, alles ist giftig. Ja, in a nutshell, ja. Und die haben also dann irgendwann mit der Zeit gelernt, aha, hier sind ja immer diese Waldbrände, das ist ja doof und dann brennen, jetzt lernen wir quasi, wie wir ein Stück vom Wald oder von diesem australischen Gestrüpp, das Busch abbrennen, damit es nicht zu diesen riesengroßen Waldbränden kommt. So, und diese Praxis des Waldabbrennens, das hat man aber irgendwie dann mit der Ankunft des weißen Mannes quasi in Australien hat man damit so wohl anscheinend mehr oder weniger aufgehört. Das fand ich ganz interessant, weil dasselbe wird auch, das war dann auch auf Twitter und dann berichteten da auch verschiedene Leute, auch aus den USA. Ja, in unserem Bundesstaat ist das genauso. Da haben früher die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner hier einfach Wälder oder Flächen einfach mal präventiv abgefackelt und seitdem das nicht mehr passiert, haben wir die krassesten Waldbrände und es scheint aber auch Bundesstaaten in den USA zu geben, wo die das noch machen. Wahrscheinlich nicht mehr dann durch die Ureinwohner, sondern durch irgendwelche Leute, die das gelernt haben, wie man das macht. Und da ist das dann mit den Waldbränden nicht so schlimm. Das fand ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Aspekt. Aber diese eine Milliarde tote Tiere dort in Australien, das ist also so ein, wie nennt man das, Mass-Level-Extinction-Event. Also da wirst du wahrscheinlich in tausend Jahren, wenn du dir die Sedimentschicht anguckst, wirst du so ein Fingerbreit schwarze Asche. Da wird man sich fragen, was war da denn los? Genau, da werden die auch nicht, da werden die auch nicht, da wird bestimmt ein Meteorit runtergekommen oder ein Vulkan oder Krieg oder sonst irgendwas. Also ich stelle mir tatsächlich ernsthaft die Frage, wie der australische Kontinent nach diesem Feuer, und da brennt ja anscheinend irgendwie alles, was Wald ist, noch von Leuten bewohnt werden soll. Also, aber gut, wir werden das sehen. Aber es ist für mich ein Zeichen, ja, ich habe das auf Twitter immer so formuliert, in Anlehnung an diesen Spruch von William Gibson, the apocalypse is already here, it's just not very evenly distributed. Ja, also die Apokalypse ist schon da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig über den Planeten verteilt. Ja, und während es in Australien immer heißer und trockener wird, gibt es ja wohl zahlreiche Regionen Afrikas, in denen es immer feuchter und nasser wird. Ja, ja, Jakarta ist jetzt nicht in Afrika. Das ist nicht in Zentralafrika, ist es nicht, aber ja. Also Jakarta ist ja im Moment überflutet, das ist ja ohnehin schon Hauptstadt von Indonesien, wo man sich ja ohnehin schon dazu entschieden hatte, diese Hauptstadt quasi ins Landesinnere zu verlegen, weil sich jetzt schon seit mehreren Jahren abzeichnet, dass diese Stadt im Meer versinkt, auch aufgrund des steigenden Meeresspiegels, ja. Ich denke, wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz konkret auch mit der Frage konfrontiert werden, wie sieht das in Deutschland an den Küstenregionen aus, wie sieht das mit Teilen der Niederlande und wahrscheinlich auch Belgiens aus, ja, da ganz Benelux, ja. Vielleicht liegt dann Luxemburg irgendwann am Meer. Und ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle. Ich wollte es einfach, das kriegt man ja, wenn man sehenden Auges durch die Gegend läuft, kriegt man das ja mit. Mir fällt da auch nichts zu ein, außer dass 2020 möglicherweise dann das Jahr wird, wo wir endlich anfangen, ordentlich was gegen diese Klimakatastrophe zu tun. Oder es halt sein lassen. Tja. Ja, Australia. Das war Australien. Dazu, das hattest du eben schon erwähnt, wollte ich noch ganz kurz erwähnen, diesen CO2-Bericht von Agora Energiewende, die jetzt darauf gekommen sind, dass Deutschland im Vergleich zu 1990 35 Prozent weniger Treibhausgase emittiert. Was ich richtig peinlich fand war, wie dann sowohl... Das Klimapaket der Bundesregierung greift. Ja, genau. Also der parlamentarische Staatssekretär der CDU im Deutschen Bundestag, nicht der parlamentarische Staatssekretär, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, hat direkt getwittert, muss ja auch mal erwähnt werden mit Hashtag Klimapaket. Also da den Eindruck zu erwecken, dass das Klimapaket der Bundesregierung, wo sich jetzt alle wirklich einig sind, dass das überhaupt gar nichts bringt, wie das denn jetzt, wie man darauf kommen kann, dass das irgendwas Positives bewirkt hätte, finde ich einfach krass. Und ich finde halt auch krass, wie unambitioniert man sich abfeiert dafür, dass das für 2020 gesetzte Klimaziel von 40 Prozent weniger CO2, wie man sich halt dafür abfeiert, weil das ja in dem Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben, tatsächlich unambitioniert ist. Das Ziel muss ja sein, bis 2030 auf Netto Null zu sein, also weniger CO2 zu imitieren, als in Deutschland von dem ganzen Gebimsel der Natur und so aufgenommen. Aber es ging ein, so jedenfalls mein nicht ganz repräsentativer Eindruck, auch nicht aber, es ging, und das ist das Erschreckende, so ein leichtes Aufatmen konnte man im Lande spüren. Ja, ja. Das so, ja, es ist vollkommen echt froh. Wirklich, also das fühlte sich so an. Ja, alle warten darauf, dass irgendjemand sagt. Und ich musste mich auch kurz, das ist ein Ordnungsruf, musste hier mein inneres Bundestagspräsidium hier mir zusehenden, dass ich nicht sage, ach Mensch, ist ja alles nicht so schlimm. Ganz genau, ganz genau. Und das ist wirklich der Reflex. Und diesen Reflex haben viele auch genutzt. Das ist wahrscheinlich, können wir uns mal überlegen, das ist so ein klares psychologisches Entlastungsphänomen, das so, ach komm, ja, sollte, so schlimm ist es ja gar nicht. Und mit dem Wald sterben, Wald ist ja auch noch da. Und in diesem Zusammenhang, vor diesem Hintergrund, ist es wirklich obszön, dass mit Maßnahmen der Bundesregierung, und erst recht mit Maßnahmen der Bundesregierung, die noch nicht mal umgesetzt sind, die es auf Papier gibt, die also als solches durch den Papierverbrauch auch erst mal eine negative Energiebilanz hat, CO2-Bilanz hat, weil hier musste alles noch auf Papier hergestellt werden. Elektronischer Rechtsverkehr ist ja nicht so erwünscht oder jedenfalls noch nicht vorhanden. Und jedenfalls, also das ist wirklich, das muss man sofort zur Straftat machen, wenn jemand so einen Quatsch erzählt. Und hinzu kommt ja, wenn man das noch mal etwas aufdröselt, wie der Fachbegriff lautet, kann man ja feststellen, dass zum Beispiel die Emissionen im Straßenverkehr, durch den Straßenverkehr, durch den Verkehr insgesamt, egal wie man, nee, war kein Witz, der ist ja CO2, weiß ich nicht. Anyway, jedenfalls durch die Mobilität, damit hier keine, keine... Deutschlands bester Sex-Podcast. Deutschlands bester Teenie-Podcast. Gib mal hier, hast du gesagt, Mobilverkehr. Und also jedenfalls, jetzt habe ich mich schon selber rausgebracht. Man sollte das unter Strafen stellen? Die Emissionen durch Verkehr, nee, das durch Strafen stellen hatte ich schon erhoben. Durch Mobilität? Durch Mobilität sind gestiegen. Landwirtschaft ist wohl konstant geblieben. Das Einzige, das habe ich jedenfalls gehört, das Einzige, wo es gesunken ist, ist tatsächlich in der Energieerzeugung. Und das gerade auf Druck unserer guten Europäischen Union. Weil die CO2-Zertifikate... Wenn sich da einer abfeiern könnte... Dann die EU. Abfeiern wäre sowieso noch zu früher. Aber wer sich mal so zwischendurch im Laufe eines mühsamen Prozesses auf die Schultern klopfen dürfte, das wäre die Europäische Union, so zu sein. Und eine weitere Energie... Also eine weitere Ersparnis kam wohl auch noch dadurch, dass die deutsche Industrie insgesamt im Moment ein bisschen abkühlt. Also durch diesen ganzen Handelskrieg zwischen USA und China und so weiter und so fort... Haben wir eine etwas angespannte Wirtschaftslage. Es wird ja immer auch gefragt, wird 2020 das Jahr der Weltrezession und so bla bla bla. Aber das heißt, im Wesentlichen haben wir weniger CO2, weil es einfach immer unattraktiver wird, Kohle zu verbrennen aufgrund von EU-Regularien und weil die Wirtschaft weniger Energiebedarf hat, weil sie weniger produziert. Andi Scheuer hat auch direkt verkündet, dass er keinen Bedarf sieht, die CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu senken und so. Und du hast vollkommen recht, vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich obszön, dass der SPD-Parteivorstand retweetete einen Tweet des Bundesumweltministeriums, wo das Bundesumweltministerium so ein geiles Share-Pick, so ein Bild, was man in Social Media teilt. Da siehst du so Solarzellen. Im Hintergrund siehst du drei Windräder, die da wahrscheinlich gar nicht stehen dürften, weil in tausend Metern Entfernung fünf Häuser stehen. Und dann schreibt das Bundesumweltministerium auf dieses Share-Pick, Klimaschutz wirkt, 2019 sind die CO2-Emissionen in Deutschland deutlich gesunken. Sternchen nach ersten Schätzungen der Agora-Energiewende. Und der SPD-Parteivorstand retweetet das in aller Obszönität und Peinlichkeit mit einer wirklich guten Nachricht, Ausrufezeichen, Baum-Emoji, Sonnen-Emoji. Und da denke ich mir, vor dem Hintergrund, dass jetzt erst vor kurzem so ein norddeutscher Windräderbauer Insolvenz angemeldet hat, weil er gesagt hat, es werden kaum noch Windräder gebaut in Deutschland. Ja, wo auch. Die werden alle nicht mehr planfestgestellt und so, können wir vergessen. Vor dem Hintergrund, dass es die deutsche Politik sehr erfolgreich geschafft hat, den gesamten erneuerbaren Energiesektor in Deutschland komplett zu zerficken. Und das ist das tatsächlich... Fachwort wieder. Das ist das Fachwort. Terminus. Der Terminus, wie, Usus? Nee, Terminus technicus. Terminus Usus. Das ist schon geil. Und man muss, und das ist ja das Geile an dieser Zahl der CO2-Emissionen, das ist natürlich auch kein Zufall, dass das 1990 ist. Weil in die deutschen CO2-Emissionen zählen noch die Emissionen der Industrie der Deutschen Demokratischen Republik. Oh, ja, das war ja auch, ne? Und das ist natürlich... Ich bin mir selber nicht sicher, inwieweit mein Argument da so gut ist oder so, weil ich meine, die BRD und die DDR sind zusammengewachsen oder sind noch immer am Zusammenwachsen, sind fusioniert. Das heißt natürlich, gehören da natürlich auch die CO2-Emissionen der DDR-Industrie, sind dann auch in einer gewissen Weise unsere. Gleichzeitig war aber ja relativ schnell klar, dass ein großer Teil dieser Industrie nicht wirklich konkurrenzfähig war, zumindest so mit westlichen Industriebetrieben verglichen. Und die andere Hälfte wurde dann halt einfach von der Treuhand dichtgemacht und verscherbelt. Will sagen, diese Emissionen waren ja eh weg. Ja, ja, man muss es deutlich differenzierter betrachten, als einfach zu sagen, es ist weniger geworden, weil möglicherweise ja auch zum einen industrieller Rückbau in der vormaligen, auf dem gebiet, auf dem gebiet der vormaligen DDR und dort ja auch die Braunkohleverstromung ganz besonders krass war und auch das Heizen mit Braunkohle pandemisch war. Mit anderen Worten, das war sozusagen eine Sonderkonjunktur vor heute Klimatet, die da stattfand, das nämlich überproportional stark nach der sogenannten Wende der CO2-Ausstoß reduziert wurde. Und wenn man das als Kurve sieht, wird die wahrscheinlich in den 90er Jahren sehr steil eingestiegen sein und immer flacher geworden sein. Und Klimapolitik wirkt, ist wahrscheinlich, wenn man die deutsche Klimapolitik nimmt, ist wahrscheinlich als Sachaussage schlicht falsch, wirkt nämlich nicht. Es ist schlicht falsch und ich würde, also da sind wir jetzt natürlich als Deutschlands bester Klimapodcast ein bisschen schlecht vorbereitet, aber ich gucke mir mal demnächst an, wie die CO2-Emissionen der westdeutschen Industrie sich entwickelt haben, wenn es dafür irgendwelche Zahlen gäbe. Weil da ist nämlich meine Vermutung tatsächlich, dass sich da in den letzten 30 Jahren gar nicht mal so viel getan haben wird. Ja, da müssen wir nochmal, ein bisschen nachrecherchieren. Und, aber Klimapolitik wirkt, ist diese eine Aussage, da muss man sofort dran denken, Zahl der Asylanträge gesunken. Und was sagt Horst Seehofer? Das zeigt, dass die zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre gegen ungesteuerte Zuwanderung wirken. Also das ist ein ähnlich, eine Aussage auf fast vergleichbarem Niveau. Da wirkt an Maßnahmen, wirkt also der Umstand, dass man Leute in wirklich unerträglichen Lagern einsperrt und Erdogan bezahlt, dass er Leute in unerträglichen Lagern einsperrt und nicht ausreißen lässt. Das wirkt. Ansonsten die Maßnahmen der letzten Jahre gegen ungesteuerte Zuwanderung, also zum Beispiel diese Zurückweisungsregelung an der deutsch-österreichischen Grenze, die Horst Seehofer, glaube ich, ungefähr drei Geflüchtete erspart hat auf deutschem Territorium. Ja, also Augen auf dabei, aber so früh im Jahr schon so ein dreister Spruch, wie Klimapolitik wirkt, das ist schon beachtlich. Ja. Hast du nachrecherchiert? Nee, ich finde da jetzt keine, ich finde da jetzt keine guten Zahlen, weil die CO2-Emissionen hier, also hier steht zwar Deutschland in dieser Tabelle in der Wikipedia, allerdings steht jetzt hier nicht, wenn da jetzt Deutschland 1950, 1960 ist, ob das die Emissionen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland zusammengerechnet sind oder nicht. Das sehe ich jetzt hier auf die Schnelle leider nicht. Aber die Bundesrepublik Deutschland ist auf jeden Fall sehr gut dabei gewesen und wir haben seit dem Jahre 1990 tatsächlich einen steten Rückgang der Emissionen. 1990 waren das noch 1060 Millionen Tonnen, also eine Milliarde Tonnen CO2 haben wir 1990 ausgestoßen und mittlerweile sind wir 2018 bei 753 Tonnen gewesen. Und jetzt sind es halt noch weniger, das heißt wir sind bei so ungefähr 35 Prozent im Vergleich zu 1990. Ja, we will see. Außerdem, ich finde das halt auch so unambitioniert, wie gesagt, also die Welt brennt, Jakarta versinkt, Teile Afrikas, wie du es gerade gesagt haben, werden überschwemmt, das Klima spielt verrückt. Das Schlimme daran ist ja, das Klima, was wir jetzt erleben, ist das neue Normal und es ist vor allen Dingen auch das neue As good as it gets. Also es wird nicht, es wird nicht mehr besser. Also es gibt ja... Das, was im Moment da ist und das, was im Moment da ist, ist schon ziemlich beschissen. Also es gab ja in der italienischen Oper, das Verismo, gab es so eine, gibt es zwei, bekanntlich zwei sehr berühmte Opern, nämlich La Traviata und La Bohème, in denen jeweils die Protagonistin unter dem, was man seinerzeit als Schwindsucht bezeichnete und Tuberkulose war das wohl, litten. Und ein typisches Krankheitssymptom war, dass man, bevor es dann ganz bergab ging, nochmal so eine, die zweite Luft bekam und dann hatten die so eine, so eine ganz kleine Zacke, sowohl die Traviata als auch in La Bohème, die Mimi, die, ganz kurz bevor es voll aufs Ende zugeht, haben die nochmal so einen Aufbäumen und alle denken, jetzt feiern wir und nochmal so richtig krachen, nicht nochmal, jetzt lass uns so richtig krachen, es geht nicht wieder gut und dann feiern die und zack, halben Akt später tot. Ja, so ein bisschen 120 Tage von Solo-mäßig. Und so ein bisschen in die Richtung geht das, ja. Und das hier in der, Achtung, Überleitung, Mordhauptstadt. Du wolltest noch über, Mordmetropole Europa. Du wolltest noch über, Mordmetropole Europa reden. Ja, das ist einfach nur, also ich habe es eigentlich auch tatsächlich nur bemerkt, als Übermedien dann schon darüber berichtete, dass es falsch ist. Vorher war es mir gar nicht so untergekommen, aber die Zeitung des Berliner Verlages, also Berliner Zeitung, Berliner Kurier, auch ein Fachblatt. Holger und Silke. Und Holger und Silke berichteten, hatten etwas herausgefunden, was dann auch die sogenannte Alternative für Deutschland bereitwillig aufgegriffen hatte. Da war plötzlich Berlin Mordhauptstadt Europas. Und das Ganze stützte sich auf eine OECD-Statistik. Und da hatte man festgestellt, dass vermeintlich, wenn man zum Ergebnis gekommen ist, Berlin habe mit 4,4 vorsätzlich getöteten Menschen pro 100.000 Einwohner, stehe Berlin dramatisch schlechter da als alle anderen europäischen Metropolen. Die zweitplatzierte Stadt der Negativ-Hitliste kommen nur auf eine Mordrate von 2,4 pro 100.000 Einwohner. Und wir kamen auf was? 4,4 für Berlin. Städte wie London, Athen, Amsterdam liegen bei Mordraten von rund 1 pro 100.000 Einwohner. So, ja, was hatte man gemacht? Also dann hier Berlin schockiert mit Mordrate und Verwaltungschaos, was ja auch eigentlich ziemlich genau das Gleiche ist. So die sogenannte Alternative für Deutschland und hat dann die großartige Forderung aufgestellt, beendet den Irrsinn. Die Deutsche Polizeigewerkschaft, auch ein absoluter Haufen von ganz, ganz großen Spezialagenten, ist auch auf den Zug aufgesprungen. Fokus, das Fachblatt für Statistik, ist auch aufgesprungen und es hat sich herausgestellt, dass es schlicht ein, in der Erhebung waren, die OECD-Statistik, da konnte man das zwar so entnehmen, aber die zugrunde liegenden Daten waren halt anders erhoben, da wurde viel, viel mehr reingerechnet im Fall von Deutschland als im Fall von anderen Staaten. Da wurden also irgendwelche fahrlässigen Tötungen und Versuch wurde auch mit reingerechnet und deshalb war dann das einfach viel höher, als man es dann korrigiert hatte, lag das sogar im relativ weit hinten, was die Tötungsdeliktbelastung europäischer Metropolen angeht und hatte sich dann also erklärt. Das, was ich daran beachtlich finde, ist, dass die Statistik Ausreißer beziehungsweise das vom Ergebnis her, das konnte man, da musste man nicht tief einsteigen, sondern das konnte man durch eine rein überschlägige Betrachtung konnte man das schon widerlegen. Es war einfach, es war einfach, es wäre eine totale Supersensation gewesen, wenn plötzlich und unerwartet mit einem Mal sich eine solche sprunghafte Entwicklung in einer Millionenstadt auftut, dass es plötzlich um mehrere hundert Prozent die Mordrate steigt. Das heißt, zwei Erklärungen dafür, warum die doch aufgesprungen sind, wahrscheinlich mal die eine, mal die andere, mal beide richtig, also wirklich way too dämlich, um einfach mal einen Plausibilitäts- Check zu machen. Was war jetzt nochmal die Zahl pro Hunderttausend? Oder way zu böse. Na, die hatten behauptet 4,4 und wenn man das dann aber korrigiert. Das wären 40, das wären irgendwie 100, ich kann jetzt auch nicht mehr rechnen, 3 mal 40, 120. 4 auf 100.000. Ja, 4 auf 100.000 sind 40 auf eine Million, mal 3 sind 120 und dann nochmal 20, das wären 140 Morde im Jahr. Ja, das ist viel weniger. Das wäre so, da würden, Moment, bei 140 Morden im Jahr, das wäre fast schon so viel wie eine US-amerikanische Kleinstadt. Das wäre so viel wie an der US-amerikanischen Grundschule, ja, also und die, dann würden wir ja bei 140 Morden im Jahr, würden wir ja in jeder Woche von drei Morden hören, weil das ist ja auch nicht so, dass die, dass das heutzutage, also ich sag mal, da twittert die Polizei ja selber drüber, dass sie sagt, wir fahren jetzt da und dahin, dort wurde ein lebloser Körper in der Wohnung gefunden, die Mordkommission ermittelt. Ja. Und das ist tatsächlich sehr bemerkenswert, das ist tatsächlich sehr bemerkenswert, weil die polizeiliche Kriminalstatistik, die findest du ja mit einem Klick sofort auf der Webseite des Landes Berlins und dann musst du, dann musst du halt mal, dann musst du halt mal die PDF aufmachen und mal kurz nach Mord suchen. Das ist aber auch eine Tat, die traditionell immer in der Kurzzusammenfassung drin steht. Ich verstehe das tatsächlich nicht, weil die Pressstelle der Berliner Polizei ist eigentlich immer sehr gut zu erreichen. Ja? Ja, also das war auch, also nachdem man das ein bisschen korrigiert hatte, sank die Zahl für vorsätzliche Tötungen in Berlin von 167 auf 37, was so eine realistische Größe ist. Nach wie vorher die allergrößte Gefahr ist ja von seinem männlichen Ehepart, äh, männlichen Lebenspartner ermordet zu werden. Da haben wir ja Glück, dass wir beide und nicht von dem Volk der Täter, der Personengruppe der Täter sozusagen angehören. Und, ähm, ja, was auch diese Statistik, wenn man die dann weiterverfolgt hätte, wäre Niedersachsen mit einer Mordrate von 6,7 pro 100, wäre also quasi, also langsam, aber schon wie Chicago in den Zwanzigern. Naja, also das nur so am Rande, Augen auf, auch im Jahr 2020 Augen auf bei Statistik und wenn einem einer irgendwas erzählt, dass es hier abgeht. Das ist schon, aber da muss ich sagen, das ist schon sehr peinlich. Ich habe jetzt einmal polizeiliche Kriminalstatistik getwittert, gegoogelt, bin dann auf die Webseite gekommen, direkt die richtige, habe jetzt die PDF für 2018 aufgemacht, die Kurzübersicht, dort findet man das sofort auf der Seite 7, das ist nämlich dann tatsächlich Punkt 2 in dieser PDF sind die Punkt 2 in der PDF sind die ausgewählten deliktische Entwicklungen und das erste in diesen ausgewählten deliktischen Entwicklungen sind Mord und Totschlag und die werden zusammengenommen und da hast du dann 94 Fälle plus 3 Fälle und ich meine, der Witz ist ja der, wenn alle Straftaten so eine hohe Aufklärungsquote hätten wie Mord und Totschlag in Deutschland, dann wären wir ein noch von Kriminalität befreiteres Land, als wir es ohnehin schon sind, weil selbst im Lotter-Bundesland Berlin ist die Aufklärungsquote für Mord und Totschlag 96,8% Tja, so und jetzt ist jetzt ist hier die jetzt ist hier die was ist denn achso 2011 genau nicht 2011 211 StGB ist Mord und dann haben wir Totschlag und Tötung auf Verlangen 212 213 und 216 StGB und da sieht man dann auch schön das ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd hier in dieser Statistik gemacht also dafür gibt die Polizei Berlin in meinen Augen auch eine Chance man sieht es ist deutlich mehr Totschlag als Mord aber darauf kamen wir schon dass es ungefähr im Jahr 2018 60 Morde waren etwas weniger als 60 es scheint so nein die Quatsch nicht etwas weniger als 60 sondern es waren etwas weniger als 60 Totschläge das heißt knapp 30 Morde ungefähr so ja ja das liegt so in dem liegt so in dem Bereich nicht schön aber jetzt auch nicht und dazu muss man sagen dass die Aufklärungsrate 2018 mit 96 8% tatsächlich die Bestaufklärungsquote der letzten 10 Jahre war also seit 2009 gab es keine so gute Aufklärungsquote wie im Jahr 2018 ja jesus christus was soll man was soll man machen kann auch passieren da kann man nur hoffen dass das 2020 das Jahr wird das Jahr des Lesens in dem die Nachtzüge eingeführt werden aber da lasse ich aber da ganz 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 ehrlich da ganz ehrlich ganz ehrlich also jetzt mal ganz hier ganz frei ohne wenn und aber ohne wenn und aber ich spreche das jetzt schonungslos an nein aber ich habe tatsächlich wenig Hoffnung dass sich das verbessert was das mit dem recherchieren weil also ernsthaft das sind so Sachen die findet man also die meisten Fehler die ich auch so im tagtäglichen wird so auf während Twitter so weiß ich der Spiegel und der Tagesspiegel und wie sie alle heißen das Redaktionsnetzwerk Deutschland twittern irgendwelche Sachen und jedes Mal denke ich mir so ey aber da hättet ihr doch jetzt nochmal zwei Minuten vorher drüber nachdenken könnt was ihr da macht weil sie neulich haben sie irgend so einen komischen Tatort Kommissar oder Polizeiruf Kommissar beim Redaktionsnetzwerk Deutschland interviewt auch so kriminell ja so ungefähr und dann sagt und dann sagte der dann sagt der ich zitiere den jetzt ja dieser dieser Schauspieler regte sich über die politische Korrektheit auf ja dass man jetzt also heutzutage nicht mehr am Set sich so verhalten dürfte wie vor 30 Jahren nicht mehr so wie der Harry Harry nee Harvey Harvey Weinstein ja wo ich mir echt so denke okay cool ist ja total geil dass ihr den dann weiter interviewt und den nicht einfach fragt so okay haben sie sonst noch irgendwelche Fantasieprobleme aber dass dann dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland das noch nicht mal hinkriegt diesen rechten Kampfbegriff von der sogenannten politischen Korrektheit in Anführungsstriche zu setzen oder sogenannte dazu zu schreiben finde ich dann echt schwierig und dann schreibe ich die an und sage sag mal müsst ihr da einfach so einen rechten Kampfbegriff übernehmen und dann schreiben die zurück per Direct Message antworten die mir und sagen so wo haben wir denn da einen Kampfbegriff verwendet und dann denke ich mir so ey Leute ihr habt's aber ist auch egal also da bin ich pessimistisch ja du wolltest jetzt noch über Schlafwagen reden ach ja das war sowas was ich so ganz anregend fand das ist vielleicht auch so als fade out ganz gut ja du willst essen und gleichzeitig so eine etwas ja so ein bisschen absurde Geschichte auch es gab ja lange Zeit Nachtzüge und Schlaf und Liegewagen wer kennt das nicht alle die mal jung waren hatten da schöne Momente wenn sie dann noch so eine warme Flasche Bier von dem der in der Kuschette über einem lag auf den Kopf gekriegt haben oder so ja da ist man dann so quer durch die Nacht das war so ein bisschen ein bisschen insuffizient teilweise weil diese Züge so wahnsinnig lange dann brauchten weil die dann auf irgendwelchen Bahnhöfen rumstanden und aber wie dem auch sei Nachtzug eigentlich ganz gute Sache zumal wenn man schon durch Wirtschaftswachstum eigentlich alles hat was man braucht und noch viel mehr und das was man sich mal so wirklich gönnen könnte Zeit ist aber in die kluge deutsche Bahn immer wieder ja immer wieder bekannt dafür nicht voraus zu schauen hat diese Nachtzüge komplett an die Österreicher voräußert jetzt betreiben die Österreicher ja das war besoffene Geschichte betreiben die Österreicher diese diese Samba Wagen da und jetzt kommt irgendwie jetzt ist das jetzt ist das dann irgendwie wieder so ein bisschen in Mode mit den diesen Dingern durch die Gegend zu fahren und sie treten Forderungen auf dass die Bahn jetzt die wieder einführt und ja da stehen wir also deshalb hoffe ich meine Hoffnung dass es 2020 das Jahr wird in dem man dann schön mit so einem Nachtzug fahrst dann heute schön nach Wien mit dem Nachtzug also dann musst du da nicht dann gehst da irgendwie nimmst du so ein Fläschchen Weil setzt sich da auf so eine Liege und fährst schön bis in acht neun bis zehn Stunden bist du da ja ich kenne Schlafwagen nur aus der Volksrepublik China wo ich mal tatsächlich eine 24 stündige Fahrt unternommen habe in so einem Schlafwagen ich weiß aber auch gar nicht mehr von wo nach wo wir waren auf jeden Fall aber das Highlight des Abteils weil da ansonsten nur normale Chinesinnen und Chinesen saßen und das erstmal wahrscheinlich komisch fanden dass wir dafür das Ticket das uns umgerechnet wahrscheinlich irgendwie fünf Euro gekostet hat dadurch die Gegend düsten ich glaube wir sind von Peking nach da irgendwo in die Mitte nach Xi angefahren oder so war auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Sache Schlafwagen sind halt einfach total gut sind natürlich ein bisschen auch die Folge davon dass wir kein ordentliches Hochgeschwindigkeitsnetz haben also wenn du zum Beispiel in viereinhalb Stunden von von Berlin bis nach Barcelona düsen könntest so wie man in vier und wäre schon ein bisschen ne du kannst in viereinhalb Stunden von Shanghai bis Peking fahren mit dem Schnellzug das sind 1400 Kilometer die Distanz Berlin Barcelona sind auch ungefähr 1400 Kilometer 1500 ich will auch nicht ich weiß auch nicht ob die Geologie da dass die in China natürlich andere Arbeitsbedingungen haben und den Arbeitern weiß ich nicht den eine Milliarde Arbeitern von so einer 200.000 Einwohner Stadt geht auch schnell ist aber auch egal ja also der der Punkt ist point is made so aber ich finde es gut und dann soll die Bahn einfach diese Wägen anschaffen aber das wird wahrscheinlich wieder an irgendeiner europäischen Ausschreibung scheitern und dann weiß ich nicht gewinnt die Firma wo der Schwager von Andi Scheuer Geschäftsführer ist und dann weiß ich nicht fahren wir in Pappzügen oder so I don't know mit Diesel damit die Automobilien mit Diesel Lock genau die Locks werden ersetzt durch die Locks werden in Wolfsburg durch Audi wie heißen die Qtron Qtip I don't know E-tron 2020 wird wahrscheinlich auch das Jahr sein in dem Elon Musk entnervt aufgibt ja aber das Grundstück hat er ja jetzt ja Preis war recht interessant auch war der zu hoch oder zu niedrig ja die Linke hat gesagt in der Gegend würde sonst 41 Euro pro Quadratmeter kosten naja gut aber das ist ein bisschen kurz gegriffen müsste man wahrscheinlich im Zusammenhang sehen ist ja schön wenn Herr Musk in Brandenburg wenn er das erste Mal wenn er das erste Mal da in so ein Restaurant geht und die sagen sie sehen doch was hier los ist man hätte sich im letzten Jahr tatsächlich Anfang des Jahres Tesla Aktien kaufen sollen die gehen gerade ziemlich durch die Decke die bewegen sich gerade sehr stabil auf die 500 Dollar Grenze zu und haben weiß ich nicht alleine in den letzten Tagen nochmal Wahnsinnssprünge gemacht gut wir sind leider nicht Deutschland wir sind leider nicht Deutschlands bester Finanz Podcast weiß ich nicht der ist ja Südafrika aber das ist interessant das hat Charlize Theron die ja auch aus Südafrika kommt mal bei einem Opening von Saturday Night Live gesagt das 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 obwohl Charlize Theron oder jetzt auch Elon Musk aus Südafrika kommen käme niemand in den USA darauf sie als Afroamerikaner zu bezeichnen aber das nur am Rande gut wir waren bei den Nachzügen wir haben ein bisschen über rassistische Sprache gesprochen wir werden nicht mehr das mit dem Irak und dem Iran anfangen dafür ist es zu spät und dafür ist das Thema auch zu heiß und es gibt aktuelle Entwicklungen weil ja jetzt behauptet wird dass die Maschine die vorgestern abgestürzt ist bei Teheran dass die von einer iranischen Rakete getroffen worden ist jetzt ist auch bei den New York Times ein Video aufgetaucht dass dies belegen soll ich bin da scheint mir aber noch auf dem Niveau von Verschwörungstheorie zu sein das ist so das Problem ist die Quelle dafür dass es eine Rakete war sind US amerikanische Behörden sind Behörden aus UK sind Behörden aus Kanada das sind ja alles Dienste die da bei diesem Five Eyes Abkommen oder wie das heißt die spionieren ja alle irgendwie gemeinsam wir sind leider auch nicht Deutschlands bester Verschwörungstheorie Podcast wahrscheinlich bräuchte man eine unabhängige Untersuchung aber wir haben ja auch bei der MH wie hieß die MA 117 oder MH17 wir wissen aber alle was gemeint ist dieses Flugzeug von KLM das über der Ukraine abgeschossen worden ist durch eine russische Bodenluftrakete da gab es ja dann auch eine Untersuchung die zu dem Ergebnis kam es war eine russische Bodenluftrakete das glaubt ja auch niemand das ist alles ein bisschen schwierig vielleicht noch ein weiteres Schmankerl zum Schluss die sogenannte Alternative für Deutschland hat vor dem Berliner Verwaltungsgericht eine Niederlage errungen wie heißt das erlitten erlitten ja das war aber ich meine das war ganz das war ganz geil das hat mich auch gewundert oder was heißt nicht gewundert nach dem Vortrag hat mich nicht gewundert dass das Berliner Verwaltungsgericht Herr Meuthen sagt er war jung und brauchte das Geld ja ja genau es begab sich also zu der Zeit ich habe das nicht gewusst ich habe das nicht gewusst es begab sich zu der Zeit dass der Universitätsprofessor Dr. Meuthen also im Wahlkampf in Baden-Württemberg 2016 illegale Parteispenden bekommen hat in Höhe von roundabout irgendwie 84.000 Euro da hat ein befreundeter wie nennt man das ein befreundeter jetzt fällt mir das Wort nicht ein nicht Geschäftsführer sondern ein Unternehmer ein Unternehmer genau hat halt AfD-Plakate drucken lassen für ja so roundabout 80.000 Euro das sind dann immer diese mysteriösen Plakate die so aussahen wie AfD-Plakate aber keine AfD-Plakate waren und da hat die Verwaltung des Deutschen Bundestages gesagt ja das war eine illegale Parteispende das macht 270.000 Euro Strafzahlung und dann hat der gute Jörg Meuthen Professor Professor Doktor wir sind hier ja bei der NZZ hat dann das ist auch ein Insider das ist so schnell vergeht die Zeit muss man 40 Folgen hören muss man 40 Folgen hören dann weiß man das auf jeden Fall nein aber die sind heute die haben geklagt und zwar vom Berliner Verwaltungsgericht weil sie der Meinung waren dass sie da ganz unfair behandelt worden sind und dann haben die tatsächlich heute dem Berliner Verwaltungsgericht der Richterin vorgetragen ja das war alles so unorganisiert und ich hab das auch alles gar nicht so richtig mitgekriegt und dann muss die Richterin wohl auch so gefragt haben Herr Meuthen muss doch da aufgefallen sein dass da so Plakate mit ihrem Gesicht drauf rumstanden so das kann doch nicht sein dass sie jetzt hier sagen dass ihnen das nicht aufgefallen ist ja ach ich weiß ja so also das war das muss wohl ein hinreichend bizarres Schauspiel also wörtlich gesagt er habe vieles vieles nicht mitgekriegt ja er hat vieles ja genau also den Eindruck macht er also Jörg Meuthen hat vieles nicht mitgekriegt zum Beispiel dass wir den zweiten Weltkrieg verloren haben glaube ich auch ja long story short das Berliner Verwaltungsgerichts berichtete vorhin der RBB hat die Klage abgewiesen ja und jetzt muss die ich weiß gar nicht ob da noch eine Berufung zulässig ist er habe sich damals gedacht der Alexander hat da ein paar Plakate gemacht nett vom Alexander über die Kosten habe er sich keine Gedanken gemacht sagt er vor Gericht ich glaube der Meuthen der ist Betriebswirt Professor für Betriebswirtschaftslehre ist er das? ja ich weiß es nicht genau sollte man aber mal überlegen ähm ja er heißt mit zweitem Namen Hubert also ach so mit zweitem ja jemand der Hubert heißt ist aber auch ist aber auch schwierig ne und ähm äh Leben ja man muss da jetzt mal pro ja Mitarbeiter am Seminar Volkswirtschaftslehre der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ja da ist jetzt nichts Negatives bekannt nein nein aber wenn der wenn der jetzt wenn der jetzt eine Professur für theoretische Physik an der Technischen Universität Karlsruhe hätte oder so dann wäre das nochmal was anderes aber du kannst ja davon ausgehen dass jemand der erstens Volkswirtschaftslehre Lehraufträge ist auch nur Honorarprofessor das ist gar kein der hat sich gar nicht habilitiert ach oder weiß ich nicht dunkle Vergangenheit ab 97 war er Professor für Volkshochschule in Kehl ähm naja gut das ist jetzt auch nicht also jedenfalls ähm bezieht er seinen Professorentitel aus dem Fach Volkswirtschaft und dann kann man ja einfach nochmal das zusammen mit äh über die Kosten habe er sich keine Gedanken gemacht der Kosten ist so ja also das so das ist so ein bisschen Kosten ist schon eher Betriebswirtschaftslehre aber ist ja doch ein verwandtes Schwesterfach ja also ich finde das kann man ja dem äh das kann man schon einem Professor für Wirtschaft unterstellen dass er sich mit den grundlegenden äh Alexander der hat ein paar Plakate nett vom Alexander fand ich nett ne ja okay aber wir werden nicht mit den Enden sondern sagen 2020 das Jahr year of the night die Pressemitteilung die Pressemitteilung hier äh vom Verwaltungsgericht ja äh Verwaltungsgericht Berlin hat die Klage gegen einen Sanktionsbescheid der Bundestagsverwaltung über 269.400 Euro das finde ich aber schade dass das jetzt nicht 269.400 Euro 75 sind oder so ja ähm abgewiesen das Gericht sah die Voraussetzung des 31c Parteiengesetz als gegeben an das ist ganz unten da geht es um die äh Strafen wenn du was falsch machst bei den von dritten finanzierten Werbemaßnahmen Landtagswahlkauf des damaligen AfD Landessprechers Jörg Mauten in Baden-Württemberg 2016 habe es sich um Spenden im Sinne des Gesetzes gehandelt mit den finanzierten Plakatenflyern und Inseraten sei ausdrücklich für die AfD geworben worden eine Partei habe die Partei habe durch ihren Landessprecher maßgeblichen Einfluss auf die Durchführung der Werbekampagne nehmen können die Partei habe die Spende auch erlangt ausreichend sei hierfür dass der Landessprecher nach der Landessatzung der AfD Baden-Württemberg insoweit mit Alleinvertretungsbefugnis ausgestattet gewesen sei die Annahme der Spende sei rechtswidrig gewesen da die Spender im Frühjahr 2016 für die AfD nicht feststellbar im Sinne des Gesetzes gewesen seien denn der für die Partei handelnde Landessprecher Mauten habe sich bei Annahme der Spende nicht die erforderliche Gewissheit über die Person des Spenders und die Höhe der Spende verschafft die Normen des Parteiengesetzes seien verfassungs- und europarechtskonform Ja da kann man vielleicht mit der mit der allgemeinen Weisheit auch das Ganze zusammenfassen die ich zu beherzigen versuche die ich auch vielen meiner Mandanten mitgebe passt auf Mandantinnen auch aber Mandantinnen in der in der Minderheit passt auf dass die Ausreden die ihr benutzt nicht bescheuerter sind als die Wahrheit wenn die Wahrheit nämlich besser ist als die Ausrede sollte man das sollte man einfach lassen und ich meine so die Ausrede ich war einfach zu doof dafür das ist eine schlechte Ausrede die ist immer sehr schlecht die ist immer schlecht aber vor allen Dingen ich verstehe auch gar nicht warum die das verschleiern mussten weil eigentlich spricht ja gar nichts dagegen eine Geldspende in Höhe von 84.000 Euro anzunehmen und das alles selber zu machen ich hab mich jetzt leider mit dem Fall nicht dieser Alexander ich bin mir gar nicht sicher ob das ein deutscher Unternehmer war oder ob das nicht auch wieder so ein Schweizer so eine Schweizer ja man weiß es nicht man weiß es nicht also Herr Meuthen weiß es halt auch nicht Herr Meuthen weiß es auch nicht ich weiß du willst losgehen zum Essen aber ich muss noch ganz kurz eine Sache loswerden das mit der NGO da haben wir drüber geredet Gesetze für Zukunft Gesetze schreiben für Klima und so das läuft vor dem Klima wollte ich nur Update geben das läuft also ich bin ich hab da jetzt im Dezember gerödelt und treffe mich auch jetzt ständig mit Leuten und im Moment geht es halt tatsächlich es ist jetzt auch geklärt was die Rechtsform werden soll wahrscheinlich wird es eine G GmbH ja gut das ist eine gemeinnützige GmbH die ist steuerlich an einigen Stellen privilegiert und man kann ihr auch spenden dafür darf sie dann aber auch keinen Gewinn machen und sie muss eben ein wie nennt man das nach Abgabenordnung muss sie da eben gemeinnützig sie muss einen dieser Zwecke dort für die gemeinnützigkeit also da gibt es diese Abgabenordnung das ist Paragraf 52 der Abgabenordnung und im Absatz 2 sind so gefühlt 10 bis 20 Punkte die dann also gemeinnützig sind und was ich geil finde ist was ist alles für gemeinnützige Zwecke in Deutschland also zum Beispiel Karneval oder so ist sofort gemeinnützig Brauchtumspflege ist gemeinnützig es ist Hundedressur oder so ist auch gemeinnützig gemeinnützig vorkommen absurd wo ich mir also die Frage gestellt habe warum Hunde und jetzt nicht Katzen oder Schweine oder irgendwie sowas das ist wahrscheinlich wie beim BGB die ja überlieferterweise große Bienenfans gewesen sein soll das ganze Bienenrecht auch noch Einzug in eine fremde Bienenwohnung ja genau jedenfalls also das ist das ist im Moment am Laufen und am Tun und ich suche da im Moment noch also hab da jetzt auch gefunden bin da mit mehreren quasi Juristinnen und Juristen im Gespräch um einfach für mich jetzt herauszufinden wie man das am besten abbildet und dann muss ich einfach 25.000 Euro Einlage in die Hand nehmen und dann diese GmbH gründen und sobald es dann Spende und Konto gibt dann Feuer frei dann sage ich euch Bescheid dann können wir alle weil das Traurige ist ja dass diese Leute darüber konnten wir ja auch noch nicht podcasten diese Olympia 2020 Leute die haben ja die 1,8 Millionen Euro gesammelt und wahrscheinlich haben sie jetzt mittlerweile sogar schon mehr gesammelt das heißt am 12.6.2019 eine Woche vor meinem Geburtstag wird es diese Veranstaltung im Olympiastadion geben und ich prophezeie schon jetzt das wird das deutsche Fire Festival ich weiß nicht ob dir das Fire Festival was sagt gibt es eine schöne Dokumentation auf Netflix das war ich weiß nicht ob du dieses da gibt es doch dieses Festival für die Reichen und Schönen dieses Couchella oder irgendwie so und die wollten bei diesem Fire Festival auch so ein Festival für die Reichen und Schönen machen und das ist also vollkommen vollkommen eskaliert weil da überhaupt nichts gestimmt hat wie gesagt gibt es eine Dokumentation auf Netflix also das mit der NGO läuft und ich denke und ich hoffe dass da Ende Januar das alles soweit geklärt ist dass man dann da auch irgendwas mal öffentlich machen kann wenn euch noch irgendwas ein geilerer Name einfällt als Gesetze für Zukunft ich bin da für Vorschläge immer offen so Ulrich will essen ich will auch essen noch der ganz kurze Hinweis ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen wenn ihr das wollt geht auf unsere Webseite guckt euch einfach an wie es geht ich muss das leider sagen weil alle von euch einzeln eingeladen werden wollen aber ich sage es trotzdem dann gerne und ansonsten empfehlen sie uns weiter und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Lauer und Wehner ja tschüss und auf Wiederhören